Hallo liebe Mutzis, tolle News von meiner Seite, ich gehe auf eine ganz neue Solo-Tour. Zero heisst das Ding, brandneues Programm, das jetzt ab Herbst 23 am Start ist. Und zwar geht es los mit Tryouts am 20. September in der Dreieckbar in Frauenfeld, 22. Kreuz, Herzogen Buchsi, 5. Oktober, Kleibühne Chur, 6. Oktober, Kantine Bülach. Denen, Basel, Theater Forteu, 18. bis 21. Oktober, das heisst 18. Oktober ist die Premiere. Und danach geht es weiter auf Baden ins LWB, 27. Oktober und auf Glaris ins Kulturzentrum Hollestein am 16. November. Denen, 25. November, Solothurn im Kaufmal, 29. November, Luzern im Parterre, 30. November, Zug im Hidden Harlequin. 2. Dezember, Bern, Theater am Käfigturm, 7. Dezember, Aarau, Kiff. Nächstes Jahr, 8. Februar, Dübendorf, Oberimühli, 28. Februar, Sankt Gallen, Grabenhalle. 5. März, Zürich, Bernhard Theater, 8. März, Gelterkinder, Marabou. Und 21. März in Hoftere, Hochdorf, Kulturzentrum Braui. Kommen vorbei, Tickets gibt es jetzt. Ich freue mich riesig. Bis dann. Bäm, 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 bäm. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich hoffe, alle haben eine gute Zeit gehabt und du, Christoph, sicher auch. Alles bestens, ja. Sehr gut. Enthusiasmus in reiner Person. Und der Wiwawanna. Salut. Auch. Ah, ist das schön. Wie hast du die Sommer verbracht? Hey, äh, ich sage immer ein bisschen Energy-Ferien. Mhm. Ähm, und dann sind wir da ein bisschen am Böteln und Zeugen und alles andere und ein bisschen Festivals und was war noch? Zürich-Ferste, Zürich-Parade. So, der Zürich-Sommer-Fasnacht, so ein bisschen die Richtung. Ja, es war sehr, sehr amüsant, aber anstrengend, als ich jetzt Ferien haben sollte, um mich zu erholen von den Ferien eigentlich. Das ist der Klassiker. Mhm. Grüße an meinen Chef übrigens an dieser Stelle. Ich habe kürzlich mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, ah, jetzt gehe ich dann gerade drei Wochen dort und dort in die Ferien. Aber das Problem ist, ich bin eigentlich gar nicht in die Ferien reif, weil ich an meinen Sabbatical habe ich mich verschieben und das habe ich erst gerade gehabt und jetzt habe ich eigentlich fast nicht geschafft, bis ich wieder in die Ferien gehe. Okay, das ist das Problem. Eben, das ist das. Wohlstandsverwahrlosung im obersten Level. Was ist das? Also ich merke es vor allem dann hinten durch eigentlich so ein bisschen, ich sage nicht immer SBF, also arbeiten bis Ferien. Mhm. So ein bisschen in den letzten drei, vier Wochen, bevor die Sommerferien anfangen, ach, die sind heavy. Ja. Und dann die ersten zwei Wochen auch wieder, aber nachher, das ist glaube ich auch cool, du bist wieder so ein bisschen, bist wieder in dem Game und ich finde das eigentlich noch geil. Ich freue mich eigentlich schon fast wieder ein bisschen, um zu arbeiten. Ich muss jetzt das wieder gut machen, also ich würde. Logisch. Ja, und wie sind alle die Events gesehen? Also Zürichfest, äh, dort ist ja glaube ich super heiss gewesen, oder? Äh, Zürichfest ist recht gut gewesen, auch heiss. Dass, ähm, da wir jetzt da hinten ein bisschen im Wasser unterwegs sind, ist das eigentlich für uns eine stabile Ausgangswerte. Eben, dann hilft das ja. Ja, es ist einfach ein, also ein Chaos in einem positiven Sinn, ich finde es ja als Stadtzürcher, sage ich mal eher erstaunlich, dass du in der Stadtzürich überhaupt noch etwas machen darfst, weil sonst ja eigentlich alles mega schwierig ist und so. Oh, der alte weiße Mann. Ja. Nein, das, glaube ich, der Boomer-Ding, das wirst du die nächsten dreiviertel Stunden öfters mitbekommen. Nein, aber es ist wirklich sehr cool, dass es das noch gibt, es ist einfach immer so, alle Menschen, du merkst so, und das ist jetzt wirklich der grösste Boomer-Satz wahrscheinlich, dass es alles nur noch flexibler wurde. Also, weißt du, ich meine, früher haben wir einfach mal gesehen, man geht irgendwann an ein Fest und dann ist man da und dann geht man da und dann geht man da und schaut man, wie es ist. Und jetzt ist alles so, man lässt sich alles offen, also weißt du, ja, vielleicht da, vielleicht dort, vielleicht selbst, vielleicht dieses. Und dann bist du eigentlich den ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag nichts anderes am machen, als, ja, ich muss schauen, wie viele sind dir, ja, ich weiss nicht, vielleicht fünf, vielleicht auch sechs, vielleicht auch zwölf, vielleicht auch noch zu zweit, vielleicht auch gar nicht. Yes. Okay, ja, ja, ich schaue mal, das ist wie so, ein bisschen schwierig zu organisieren mit den Kapazitäten jeweils. Stornierungspauschalen, dann ist alles gelöst. Das ist dann bei den Kollegen irgendwann mal schwierig. Aber ja, es ist, es ist natürlich so und halt auch die erwartungshaltung, also weißt du, es ist so, also wir haben vielleicht schnell ein bisschen Kontext. Wir haben nebendurch mit Kollegen, habe ich noch eine Company, wie man ja heute sagt, wo wir so mit den Bötchen rausgehen und surfen und so. Aber die Bötchen kann man natürlich auch ein bisschen zum Chillen brauchen und das haben wir am Zürichfest gemacht gehabt, Firework Watching. Mhm. Und dann sind wir eigentlich nur einfach dort vom Ponton, also vom Hafen, etwa acht Meter rausgefahren und haben das Boot dort an die Beue gehängt. Und von dort aus Feuerwerk gelassen. Das ist wirklich so fast Front Row, du hast mal noch das Segelschiff vorne dran, aber sonst nichts. Also perfekte Sicht, ohne Gedränge, du hast Platz, gemütliches Sofa, das Bierchen, alles peakfine. Und dann haben sich die Leute unter anderem angefangen zu beschweren, ja, wieso, dass man nicht rausfährt. Und dann haben sie gefunden, ja, schau, du siehst es da schon perfekt. Wenn wir jetzt rausfahren, schauen wir das Feuerwerk von hinten. Und wir sind noch dreiviertel Stunde unterwegs und dann müsste ja der Preis höher sein, also das, was so. Und das sind so die Diskussionen, wo ich wie gefunden habe, hey, liss doch einfach mal, es steht genau dort beschrieben. Und das ist wirklich crazy, es lisset niemand mehr irgendwas. Du merkst, ich bin zum Boomer mutiert. Das habe ich bei mir aber auch schon ein paar Mal gemerkt, dass sie denkt, ha, ich bin schon ein bisschen boomerig unterwegs. Dann habe ich gemerkt, nein, weil Boomer sage immer noch das N-Wort, bestellen Chicken Tikka Masala in einem indischen Akzent im Restaurant und ziehen die Auge hinterher, wenn sie von Asiaten reden, weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist ja immer alles, es ist immer alles so schlimm und früher ist immer alles besser gewesen. Und dann finde ich so, nein, früher ist es wohl gar nicht besser gewesen. Es ist jetzt eigentlich besser. Definitiv. Und also mein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ich werde alt, bin 38, das kann man öffentlich jetzt sogar mal sagen. Vor zwei Wochen bin ich mal wieder nach Jahren in die Zukunft in die Zucke reingelaufen und mein erster Gedanke war, Und das war, was ich gesagt habe, shit, ist das laut. Und das ist für mich wirklich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wirklich offiziell old. Ja, ich merke es ja auch, ich merke es ja auch bei Musik und so Sachen. Wo ich dann einfach wirklich, dann hörst du etwas und sagst, ja, das ist jetzt, ich verstand jetzt, das ist so wie irgendwie unsere ältere Generation auf Slipknot und solche Sachen reagiert hat. Weißt, bist du jetzt einfach so, ja, aber das ist doch irgendwie, das ist doch keine Musik mehr irgendwie. Es klingt komisch, ein bisschen lärmig. Ja, ich habe mir die Gedanken aber letztes Mal auch mal so ein bisschen gemacht, wo wir auch ein jüngeres Publikum quasi gehabt haben, mal auf dem Boot. Und dann ist ja die Musik dementsprechend angepasst gewesen. Also es ist dann wirklich so der lyrische Deutschrap. Ah, ja, ja. Oder? Wo eigentlich grundsätzlich von Autotune lebt. Also eigentlich der Mensch kann, ob er rappen kann, weiss ich nicht. Da bin ich zu wenig in diesem Game, um das zu beurteilen, ob er jetzt einen guten Flow hat. Aber singen kann er mit Garantie nicht. Aber sie machen es alle. Und inhaltlich ist es auch eher auf der schwierigen Stufe. Und dann sind es so die Momente, wo du findest, was ist das für schwachsinn, diese Musik. Und dann denkst du mal zurück an Bravo-Hits 6 oder 12 oder 24. Scheissegal. Und schau mal, was wir dort für eine Musik gehabt haben. Mojo, eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier. Also weißt du, so Zeug. Es war auch kompletter Schwachsinn. Es war einfach irgendwie besser verpackt, habe ich das Gefühl. Das wird alles verkauft als der deepy Shit. Hast du mal das gesehen vom Y-Kollektiv, wo einer sich zum Gangsterrapper, also wie man es jetzt halt heute auch immer nennt, der Boomer weiss nicht mehr. Ein Rapper. Machen lassen hat innerhalb von, weiss nicht, einer Woche oder zwei. Mit dem ganzen Prozess. Und zwar einfach wirklich ein geiler Produzent, der halt irgendeinen fette Beat am Start hat. Dann tust du irgendetwas drüber zu bitten. Er tut das noch ein bisschen besser in den Takt reinsetzen. Und so zwei, drei Modulationen machen. Danach hat fette Lambo Mieten vor irgendeiner Lagerhalle stehen. Industrie, wichtig. Abgefuckte, geiles Auto, abgefuckte Halle. Und dort mit der Steady irgendwie zwei, drei Mal geschwenkt. Und aus dem ein Clip gemacht. Und dann, ganz wichtig, Spotify-Clicks kaufen. Natürlich. So, und dann gehen sie wirklich zu einem nach Hause. Also sie zeigen das natürlich nicht mit dem Gesicht. Aber dem sein Job ist, Spotify-Clicks zu kaufen. Und der hat einfach den brutalsten Game-Rechner, den du jemals gesehen hast. Also weisst wirklich, es fehlt nur noch die Neon-Lichtchen, die irgendwie... Es blinkt nicht mehr wie irgendwo in einem Partyraum oder in einem Disco. Nein, aber er hat einfach die Hochleistung pur. Ja. Und darum kann er dann halt einen Song auf irgendwie 250 Browserfenster... Ja. Gleichzeitig. Gleichzeitig abspielen. Ja. Im Repeat und irgendwie, darum ist ja der Song so kurz. Möglichst irgendwie unter zweieinhalb Minuten. Natürlich. Und ich glaube, es zählt ab, ich weiss nicht, wie viele Sekunden zählt es als... 35 oder 35 zählt es als Played. Also, und dann hat er natürlich noch irgendein so ein Hack-Ding, dass einfach der Repeat nach genau der Zeit anfängt. Und so tust du halt irgendwie über ein paar Stunden einfach die Klicks ansammeln. Und dann ist da wirklich... Das ist absurd. Und dann ist da wirklich schnell der hottest Shit geworden. Weisst du, halt eben, weil es kommt dann in irgendwelche Top-Playlists, irgendwie neu diese Woche und keine Ahnung was. Und irgendwie... Auf YouTube kannst du ja auch Klicks, blöd gesagt, kaufen. Im Sinn von... Ähm... Machst du einfach die Werbung. Also dass dann halt irgendwie der Clip noch überkommt. Durch das hast du ja mehr Views. Und äh... So, der hat das gemacht. Also das war... War... No easy. Das ist lustig. Es hat ja mal in der... Ich weiss nicht, ob das... Was ist das gewesen? So Mitte 90 gab es auch mal einen Skandal, wo gewisse so Newcomer-Bands ihre eigenen CDs sind gekauft. Ja. Und dann auch so quasi wirklich mit einem System. Also irgendwie... Ich gebe dir irgendwie 200 Franken. Damals noch in Ex Libris, oder? Da ging dann dort die CDs kaposten, dass in der ersten Woche... Weiss nicht, wo in der Chartsland ist. Das ist genau das Gleiche übrigens, ich habe letztens einen spannenden Beitrag gelesen. Payola nennt man das. Das, was die machen. Wenn du so Klicks und Plays und so kaufst. Ja. Das hat es früher schon gegeben. Also selbst in den 70er Jahren ist auch irgendeiner noch nicht gegangen zu irgendeinem Radio-DJ damals, der fand damals, spiel doch das. Geile Nummer. Wuren cool. Aber es ist eben... Was ich eben fast schade finde, dass es nichts mehr mit der Kunstform zu tun hat. Weisst, egal wie schlecht das die Musik ist, aus meiner subjektiven Sicht. Ja. Egal in welchem Genre. Wenn du das geil findest, was du machst, und du am Probieren, am Pröbeln, am Machen, am Arbeiten bist, in einem Studio irgendwie ein kreativer Prozess dahinter ist. Mhm. Finde ich es voll gut. Egal wie schlecht das es ist. Aber eben, wenn du halt wirklich mit dem Marketing-Gedanken herangehst, mit dem Ski-In-Konzept, sage ich mal. Dass du ein Marketing-Booter bist und sagst, wie können wir Geld verdienen? Ja, wir müssen Mode, mögliche Spielung, bla bla bla. Ein paar Influencer-Sachen erledigen. Dann, finde ich, darf man es auch als schlecht bezeichnen in der Masse. Natürlich. Aber ich glaube, auch dort vergisst man eben, dass es früher noch nicht anders war. Nein, natürlich nicht. Weil der positive Aspekt von dem ist ja eigentlich, dass Menschen, wenn sie kreativ das machen, was sie wollen, haben sie nie einfachere Chancen gehabt, als heute das trotzdem irgendwie an die Leute zu bringen. Natürlich. Früher hast du die Gatekeeper gehabt, mit irgendwie ohne Label ist es eh nicht gegangen und was weiss ich. Und heute können halt auch der Schrott die Leute selber machen und irgendwie den unter die Leute bringen. Ja, aber du lügst hier ja unter dem Strich trotzdem selber an. Also weisst du, das ist ja wie so. Es kommt drauf an. Es gibt ja auch Leute, die wirklich sagen, ich will dieses Business machen. Ja, eben. Kennen wir ja auch in der Schweizer Bar. Ja, es gibt auch genug. Es gibt auch die ganze... Damals, als YouTube anfangen gross geworden ist, auch im deutschsprachigen Raum in Deutschland. Und so das ganze Zeug und das Clickbaiting, das heute betrieben wird und all diese Dinge. Wo es ja nur noch darum geht, um den Kontrollalgorithmus umzukehren. Also es gibt ja so die ganzen Top 10 Videos. Oder so millionenfach auf YouTube. Der grösste Wolkenkratzer. Und das hast du noch nie gesehen. Und die ganzen Clickbaiting-Videos. Und dort ist es so lustig, dass du auch eine gesehen hast, wo einfach das Original von Amerika, wo irgendeiner zusammengestellt hat. Das ist auch dort schon Schwachsinn, aber irgendwie ein paar Millionen Views. Und dann hat es einfach umgekehrt und das Bild ein bisschen reingezoomt, dass da quasi der YouTube-Algorithmus nicht checkt, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Ja. Und macht mit dem Shit einfach Kohle. Und dann geht es ja nur darum, es ist der Kreativprozess, wie umge ich das, dass niemand merkt, dass es geklaut ist. Das ist ja ein Problem gewesen mit dem Instagram-Account. Wie heisst der? FuckJerry. Ich weiss nicht, wie viele Millionen Follower der mittlerweile hat. Das war auf der Meme-Seite. Und jedes Meme war gestohlen. Wirklich einfach Repurposing. Bis in der Schweiz auch vertrat er. Ja. Und das hat sich halt einfach angehäuft und angehäuft und angehäuft. Und aus FuckJerry ist dann mittlerweile eine professionelle Agentur geworden, wo gewisse Leute angestellt sind, wo irgendwie fette Deals an Land holt, lalalala. Und unter anderem darum hast du jetzt zum Glück eigentlich das schon fast Zitat wenn du etwas irgendwo postest, braucht es einen Credit und sonst kann man sagen, hey, urheberrechtlich ist das mir, nimm das wieder weg, bla bla bla. Das Absurde finde ich eben irgendwie, dass es wie niemand interessiert. Also weisst du, auch von uns Konsumenten her, es ist den Leuten scheiss. Egal. Ja, ja. Und logisch, wir sind jetzt da vielleicht noch etwas näher drin oder auch mit gewissen, wie soll ich sagen, Kreativ-Umsetzungen, wo es dann auch nicht so geil ist, wenn einfach irgendjemand drei Jokes aus deinem Comedy-Programm und irgendwie dann eine grössere Plattform bekommt und dort finde ich, ich bin die geilste du, ich habe mir lustige Witze geschrieben. Aber, weil es gibt auch eben bei diesen Like-Pages und diesen Meme-Seiten gibt es teilweise so, die kopieren sich ja gegenseitig die Sachen mit Print-Screens und teilweise siehst du noch das Menü. Yeah. Die Icons unten dran. Also wenn du wirklich zu faul bist, um schnell noch einen Millimeter weiter rauszuzoomen, aber eben, es ist egal. Ja, ja. Das finde ich als krass. Es interessiert niemand. Und wenn du dann eben die Views siehst, die dort drauf sind, also das finde ich so krass. Die Likes, die es dort gibt, logisch, du hast alles gekauft und Zeug und Sachen, das ist ja alles klar, das musst du ja haben. Aber, wenn du mal siehst, wie viele Hunderttausende von Daumen hoch so Zeug hat, das ist Wahnsinn mit diesen Kalendersprüchen, die sind früher bei uns im WC gehandelt. Weisst du? Ja, aber das hättest du noch nicht liken. Stell dir vor, wenn jeder Baum WLAN ausstrahlen würde, wir würden überall Bäume pflanzen. Cool. Du hättest schon ein bisschen Sozialkritik da. Ja, ja. Es ist schon fast auf Level Kanto. Aber auf dem WC hättest du halt nicht den Kuli mitnehmen und den Hügel machen oder so. Der steht dann, wenn der Zeno und Marco gehurt sind. Aber, was wirklich schade ist an Social Media, ist, wenn du es schon von WC hast, keine öffentliche Scheisse ist noch irgendwie zugeschrieben mit Scheisse. Und das hätt ich eigentlich grossartig gefunden. Weisst du? Alle die... Tags. Nicht einmal Tags. Sie haben keine Stifte mit dabei, die Jungen. Eben. Man hat halt immer noch so einen fetten Stift dabei gehabt. Ruf diese Nummer an. Du wirst überrascht sein. Weisst du? Und irgendwie jemand drunter schreibt, mach es nicht. Ich hab's schon versucht. Und weisst du? Und irgendwie, keine Ahnung. Da, 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 liebt so und so. Und irgendwie... Eben so halbschlaue Weisheiten. Das ist irgendwie weg. Weil zum Beispiel der Stuttgart Barre hat ein Buch... Ich glaube ein ganzes Buch... Nein, nicht ein ganzes. Aber er hat so... In einem Buch hat er immer wieder einfach... Wort für Wort hat er einfach so... Eben die WC-Sprüche abgeschrieben. Und das sind dann Buch veröffentlicht. Das und Gästenbücher in Hotels. Oh Gott, ja. So geil. Weisst du wirklich so? Vielen Dank für den schönen Aufenthalt. Komm gerne wieder. Liebe Grüße, Tommi Gottschalk. Weisst du... Grossartig. So, das geht bis zu verloren. Das verlagert sich. Ich finde das eben noch lustig zu beobachten. Halt eben auch so... Das Erfolgserlebnis, und das ist lustig jetzt, gerade beim Thema, beim Wakesurfen, das wir machen, wenn du einen Sport betreibst, wo du in der Regel noch nie etwas damit zu tun hast. So, und das ist jetzt vielleicht halt doch... Wie soll ich sagen? Ja, wenn du zuerst mal Wasserski fährst, zuerst mal Snowboardisch oder so. Mit dem Snowboarder bist du irgendwie wie vorbereitet. Ein bisschen. Du brauchst die ganze Ausrüstung, Jacke, bla bla bla. Bei uns halt eigentlich nicht. Und dort ist es noch lustig, dass, wo ich angefangen, was ist das? Etwa sechs, sieben, acht Jahre her oder so. Dort ist wirklich so der Move gewesen. Du bist endlich mal aufgestanden, du hast es endlich mal geschafft, du hast es mega abgefeiert und so. Und jetzt ist immer so der erste Kommentar, wenn jemand mal aufstanden und stehen bleibt. Hast du gefilmt? Hast du gefilmt? Ja. Wirklich. Es ist so... Und ohne das wäre das Schlimmste. Ja. Man hätte so eine Freude, dass man jetzt irgendwo etwas erreicht oder geschafft oder hergebracht hat. Und dann im zweiten Punkt sagen wir, Shit, wenn ich es nicht posten kann. Es hat nicht stattgefunden. Mhm. Oder? Und es ist wirklich... Wirklich so amüsant, zu schauen, was da Dinge sind. Aber es ist ja auch geil, finde ich auf der anderen Seite, die Content-Qualität. Also inhaltlich, bei uns wiederholt sich jetzt. Wenn irgendwelche Menschen im Bikini und in den Badhosen, die auf einem Surfbrett stehen, das ist jetzt nicht ein grosser kreativer Prozess dazwischen. Aber wie die Menschen das umsetzen, dass ich mich manchmal sehr beeindruckt, was die für Videos zusammenbasteln und wie das nachher aussieht, wenn ich mal denke, so Fuck, was wir alles für Equipment rumgeschleppt haben früher. Ja, der Redwanner. Ja. Aber äh... Was wir nicht alles rumgeschleppt haben. Aber ich meine, das sehe ich ja auch in der Comedy. Weisst du, wenn ich so denke, Crowdwork ist jetzt erstens mal ein gängiger Begriff. Vor zehn Jahren hat niemand gewusst, was das heisst. Man hat einfach mit dem Publikum geredet. Eben. Es macht etwas. Es war auch Impro gesehen mit dem Publikum. Jetzt ist Crowdwork. Und äh... Und das ist ja... Eben schon vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, ist das gesehen, damit die Leute und hoffentlich auch Comedian auf der Bühne gemeinsam eine tolle Zeit haben im Saal. Und jetzt ist Crowdwork mega oft, einfach damit es die Kamera hinter gefilmt hat und man es posten kann. So. Ja, ist ja auch... Aber wenigstens ist noch ein kreativer Prozess dazwischen. Das ist für mich immer so, dort mache ich den Unterschied. Verstand ich. Natürlich. Ich meine, ich kann auch, logischerweise, wenn ich jetzt irgendwo in der Ferne bin oder so, und irgendein Foto mache, ja, muss ich auch mal posten. Aus verschiedenen Gründen. Um einfach den Leuten zu zeigen, so, hey, ich habe es überlebt. Ich bin auf der Malediven, bevor es untergeht. Oder keine Ahnung. Ja, es hat ja immer einen gewissen Flex-Aspekt. Natürlich. Also vor allem der First-Class-Wander. Ja. Aber es ist halt... Ich möchte halt den Leuten auch zeigen, was es gibt. Das ist ja völlig selbstlos. Nein, es ist sicher... Es hat aber alles ein wenig mit Flex zu tun. Und ich finde, es gibt dort auch unterschiedliche Ansichten. Also ich finde eben, wenn man irgendwie etwas, etwas geschafft hat, egal wie, dann finde ich das Studio da, dürfen wir auch mal zeigen. Und sagen, hey, schau mal, wir haben jetzt da mit, 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 mit wenig Aufwand, ein cooles Studio hinzuziehen. Es sieht schön aus. Ja, saubere, schwarze Vorrang rein dran. Ein kleines leuchtendes Feelgood-Schild. Das reicht doch. Und das ist ja trotzdem wichtig. Es gehört zu euch nicht. Mach mal ein Flex. Ja, ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Ein kleines auf die Masse drauf an. Also weisst du, wenn du jetzt sagst, hey, schau, ich bin jetzt da irgendwo in den Ferien, ich habe jetzt etwas Cooles, etwas Lustiges, etwas Schönes, whatever, und ich möchte das schnell den Menschen mitteilen, weil sie folgen dir ja freiwillig. Das finde ich immer noch einen Punkt. Absolut. Wenn Leute sich immer aufregen, was der wieder postet oder so. Hey, es zwingt dich niemand. Also, alles gut. Du darfst mich gerne entfolgen. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Gut. Bei mir wäre es dann blöd, weil dann ist halt einfach wie mein Bankkonto. Es wird einfach immer weniger. Ein unfollower ist ein grosser Prozent. Ja. Hoi zusammen. Und weisst du, wenn du dann einfach sagst, hey, schau, ich will da jetzt wirklich mal das zeigen, weil ich würde das genau dir so erzählen. Also, früher ist das ja quasi wie so eine Postkarte, so wenn wir uns wieder sehen nach der Ferien. Hey, schau, ich habe das erlebt. Das ist crazy. Das ist einfach so eine Geschichte. Ja. Und das, finde ich, ist das Motiv, das voll okay ist. Weil du willst mir das jetzt erzählen, wie du genau halt einfach das alle nicht zugänglich machst. Und jetzt vielleicht nicht gerade privat, oder? Aber wenn du dann halt einfach findest, so ich möchte jetzt, dass du findest, oh, crazy, der hat verdammt Kohlen oder er hat das oder er macht das oder er ist so viel besser da in dem Zeug drin oder so. Und das finde ich dann so ein bisschen, naja, das gibt mir jetzt nicht so viel. Nein, aber das ist ja, früher ist das ja eigentlich der Dia oben gewesen, oder? Ja. Oder irgendwie zu jemandem Hause bist und danach sind Ja, schöner Vergleich. Dia liebe Kinder. Das sind... Ah ja, wir müssen jetzt noch erklären, was Dias sind. Nein. Könnt's go googlen. Genau. Google that shit. Ähm. Und ja, ich meine schlussendlich, aber es ist ja eigentlich immer eine Umverteilung. Es ist ja alles eine Umverteilung. So wie früher irgendwie man es am Stammtisch erzählt hat, erzählt man es jetzt halt einfach in einem Post. Und so wie man das irgendwie probiert hat, den Leuten zu zeigen, haut man es jetzt auf irgendeinen Server. Es ist manchmal halt einfach lustig, was es so für Auswüchse annimmt. Also, weißt du, an gewissen Destinationen, dass jeder mal irgendwo noch einmal ein Foto macht oder so. Null Probleme. Aber jetzt zum Beispiel auch ein Kollege hat mir mal mal ein Video geschickt, wo er in Bali war, glaube. Mhm. Es ist ja mittlerweile so, ich weiss nicht, wie es offiziell heisst, er hat ihn so Insta-Farmen genannt. Also das heisst, dass du dort siehst du so die Hotspot. Also wenn dir jetzt, jeder stellt sich jetzt vor, eine junge, hübsche Frau mit wenig an in Bali. Mhm. Da hast du so den Dschungel, die Reisfelder, das Reiti-Seil mit den 30 Meter langen Seilen und sie schwingt ganz unbeschwert dort, halt einfach living the life für den Moment. Ja. Und dann schickt er mir ein Video quasi, wo du siehst, wie die Schlange. Die andere Seite, genau. Die ganze Schlange hinten dran. Und du hast so zwölf wie so Pösten, wie so ein Stafettenlauf oder so ein OL, weisst du so? Wo wirklich so ein Vita-Parcours. Da hat's das Reiti-Seil, da kannst du einfach irgendwie ein bisschen Reiss sortieren oder was weiss ich verzüge. Und das ist so absurd. Also keiner dort hat irgendwie den Moment mal wirklich A erlebt und B irgendwie für sich selber genossen. Das ist so, das finde ich dann wirklich, das ist der Moment, wo ich auch finde. Und da bin ich wirklich gerne Boomer, wo ich finde, so sind eigentlich alle Bananen. Ja, logisch. Lieber vorgeben, eine gute Zeit zu haben als effektiv eine gute Zeit zu haben. Exakt, oder? Und darum sage ich, das ist ja auch ein Unterschied, oder? Oder ich besuche es mindestens so zu machen, dafür dass ich eine eigene Meinung bilde heutzutage. Aber es ist wie, wenn ich jetzt von irgendjemandem, egal vom Boot oder von mir aus von der First Class oder so, wenn ich es mal wieder irgendwo geschafft habe, mich innen zu nicken, dann finde ich das einfach so, hey, ich teile jetzt das, weil ich finde jetzt den Moment cool und ich möchte den mit euch teilen. Das sind aber ein Video, einmal drehen, einmal Fotos, gut ist. Ich laufe nicht 15 Mal noch hin und tu dann noch Handy kehren und noch da und dann noch irgendwie 12 Schneidprogramme, was ich eigentlich als Nerd grundsätzlich kann, sollte alles im Griff haben. So, hinten, vorne, kürzer, das ist... Insta-Stories sind mittlerweile länger als 15 Sekunden, gell? Das habe ich glaube auch nicht mehr geschnitten, aber ja. Nein, Stories sind immer noch 15. Stories sind glaube ich 15. Gut. Aber Reels sind mittlerweile... Ah gut, das ist auch wieder so... Da bin ich überfordert mit dem. Aber eben das ist so... so der Moment, wo ich finde, weil der Cone O'Brien hat das mal extrem geil gesagt und zwar lustigerweise vor etwa 12 oder 15 Jahren an einem Correspondential Dinner in den USA mit dem Präsidenten und so, wo er alle die roasten kann. Das sagt ihr sicher, aber ihr es sicher auch schon gesehen. Genial! Übrigens, geht es mal schauen, wenn ihr könnt. Und dort sagt er auch, so quasi, ja wenn du das willst posten, bitte benutze den Hashtag Incapable of Living in the Moment. Und das ist so, das fasst das so gut zusammen, weil ich einfach finde so, ja, schau, macht ein Fotos, habt Freude, teilt, wenn ihr das erste Mal auf einem Surfbrett steht oder auf dem Snowboard oder bungee jumpt oder was weiss ich. Aber es muss nicht ein Hollywood Video sein, mit noch Hans Zimmer, der noch die Musik drüben schreibt und das KQL Orchester auch noch einen Soundtrack unterlegt. jetzt. Ja, es ist noch geil, weil zum Beispiel auf TikTok habe ich gemerkt, wie sehr oft jetzt als Reel eine Vorlage gepostet wird. Quasi Werbung für eine Vorlage, weisst du, wo quasi du einfach nur noch den Platzhalter musst mit deinen Bildern füllen. Oder hey, ich habe dir eine geile Vorlage gemacht mit diesem Sound, diesem Effekt. Das ist Reel, das für das wirbt, das du dann wieder... Es real machst. Genau. Und andere sind dann auch so, da Song, quasi, da TikTok Song, der ist jetzt am Trenden, benutzt den. Und das Reel selber hat weiss nicht wie viele Millionen Views und Likes, damit das... Das ist eine saubere Echo-Kamera. Es ist wirklich, es ist so ein Mikrokosmos, so Perpetuum mobile, wo in so einer kleinen Welt alles sich gegenseitig akoko befuchtet. Weisst du, ist das wirklich jetzt erfolgreich, weil es die Leute gut finden oder findet es die Leute gut, weil es erfolgreich ist. Ja. Also weisst du, bei gewissen Musikern oder irgendwelche Songs von TikTok auch teilweise bei uns im Radio laufen, wo ich immer wie finde, so... Freunde, acht Sekunden, der Song, ist im Fall okay, aber zweieinhalb Minuten nicht so. Ja, aber... Aber es ist ja, schlussendlich ist es ja die reduzierte Form von, dass ich ein Hathaway-Album im Citydisc für 36,90 gekauft habe, mit 13 Grütz-Songs und What Is Love Das heisst... Sorry, Hathaway hatte schon noch zwei, drei andere Singles. Was? Fire? Keine Ahnung. Eben. Fire ist noch drauf gewesen und da hast du so gesehen, wenn es mich angeschissen hat, beim Discman nochmal zurückzudrücken, dann habe ich den halt auch gelöst. Weisst du so? Darum hatte ich einen Repeat-Knopf. Aber ja, das ist so. Ja, aber ich habe mir keinen Repeat-Knopf können leisten, wenn ich 36,90 war gegen die CD. Aber schlussendlich, es geht ja immer ums Gleiche. Es geht ja darum, dass du halt für das einzelne Ding meistens noch ein bisschen mehr brauchst. Und wenn jetzt der Hook von acht Sekunden auf TikTok voll geil ist, dann wollen die Leute halt das ganze Lied hören für wieder die acht Sekunden. Ja, aber das bin ich mir eben nicht so sicher. Das ist eben genau der Punkt, wo ich finde. Weisst du, nur weil irgendwie etwas mega viele Likes hat oder irgendwas, ist es noch lange nicht irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Natürlich! Das ist so ein bisschen das. Aber weisst du, über das, ich meine eben, du kennst das, wir haben beide ja mal genau die gleiche Sendung bei ENERGY. Ich habe es immer noch, du bist erfolgreich ausgestiegen. Und dort hast du ja auch, du sitzt an und sagst, okay, themenmässig um was diskutieren wir. Und jetzt auch wieder, unsere Praktikanten, also wir werden ja immer älter. Mhm. Aber es sind ja unsere Praktikantinnen und Praktikanten, die bleiben ja eigentlich immer so zwischen 19 und 22 und dann werden sie austauscht. Oder sie kommen weiter in der Karriere. So. Hoffentlich mal für ein Paar. Und das sind dann auch so... Einfach nicht beendet. Es gibt dann auch so... Social Media Abteilung schon. Aber es gibt dann wirklich so die Momente, wo ich finde so, hey, schau, können wir mal wieder in die Realität retour kommen? Also weisst du, das Leben besteht nicht aus deinem TikTok-Algorithmus-Echo-Kammer. Es gibt noch so viele andere Sachen, die da aussen passieren, und man eigentlich nichts anderes macht, als die ganze Zeit anderen Menschen zu erklären, warum es jetzt wichtig ist, über die Geschichte zu reden. Anstatt dass man einfach mal sagt, lass uns einfach über die Geschichte reden. Ich will dir jetzt das erzählen, weil ich finde das cool. Und das ist halt wirklich etwas, was ich finde so... Das wäre wieder schön, wenn das ein bisschen mehr würde kommen. Es ist wirklich Boomers... Können die Boomersendung hinschreiben bitte? Über die Untertitel. Aber wirklich so ein bisschen... Viel Boomer. Viel Boomer. Viel Boomer. Einfach... Gleich wie wir jetzt... Wir reden über Sachen, die uns beide interessieren, wo wir... Das ist doch scheiss egal, ob wir die gleiche Meinung haben oder nicht. Aber einfach... So... Wir diskutieren jetzt nicht darüber, weil man muss diskutieren, weil... Irgendwie der Podcast-Analyse von irgendeinem Dienst, der 1390 zahlst im Monat, hat das analysiert und sagt, das Thema, das am meisten trennen in den Podcasts, ist... Das. Also musst du jetzt über das diskutieren, sonst bist du nicht erfolgreich. Ja. Und das... Natürlich kann man dann immer dagegenheben und sagen, ja, wir machen es nicht, aber irgendwie so... eben ein bisschen aus der Echo-Kamera raus und halt einmal über... Barbie diskutieren jetzt, wir zwei als Experten. Hast du ihn gesehen? Nein. Ich habe ihn gesehen. Wirklich? Ja. Ich noch nicht. Barbieheimer. Das Einzige... Ich habe den Barbieheimer das Beste gemacht. Wirklich? Ja, meine Freundin und ich. Am Donnerstag sind wir an die Barbie-Premiere und am Freitag sind wir ins... Wie heisst es? Art House... Art House Paris am Stadelhofen. Ich habe ihn gesehen. Ich schaue es dann, wenn es auf den Streaming-Diets kommt, wie früher. Ich schaue ihn dann, wenn er im Fernsehen läuft. Es hat auf jeden Fall nichts mit Art House Paris zu tun. Es hat Charme, Joel. Es hat Charme. Es hat Charme. Absolut. Und es ist der Einzige, dass man sich mit so Sachen auseinandersetzt. Weil darum sagst du, wir reden jetzt über das, weil uns das interessiert. Und ich glaube, ob man es gut findet oder nicht und wie man die Entwicklung findet etc. Das denke ich ist zum Teil fast nebensächlicher, als überhaupt so ein bisschen zu kapieren, was passiert. Ich glaube, das hilft schon mega viel. Ich habe zum Beispiel als perfekte Analogie eben zu dem, wo irgendwie im Comedy-Business und sicher im Musik-Business und was weiß ich passiert, habe ich gesehen, also es ist ja sogar das Musik-Business, von RT-Tracks hat es einen Bericht gegeben über Technoszene in Berlin seit Corona und damit sehr schwer verbunden TikTok. Okay. Weil, was ist passiert? Die Menschen haben nicht rausgekommen, haben zuhause rumgescrollt und die ganze Techno-Szene hat sich durch das angefangen zu verändern. Weil Menschen haben Sachen als Techno dargestellt, die nicht Techno ist, per se, durch die Definition, wie es halt vorher in so einem abgeranzten Berliner Club gewesen ist. Okay. Ist das gerade oder was? Nein, ist es nicht. Ah, okay. Aber es gibt es irgendwie nicht mehr auf YouTube. Und halt irgendwie eben so fast Kiddies, die irgendwie eben 20 Sekunden Aufbau mega fetter Drop und sie haben irgendwie coole Sonnenbrillen an und sind schwarz kleidet und das ist Techno. Und das gibt dann bei anderen Leuten wieder die Erwartung, aha, so ist Techno und die gehen dann seit ein paar Monaten in Berlin an Techno-Partys und kommen nicht mehr klar mit der Realität. Und gleichzeitig aber auch die Leute, die Techno-Partys machen oder dort auflegen. Also weisst, wo dann wirklich, da hast du so alle Meinungen natürlich von Leuten, die sagen... Aber gehen die jetzt jetzt hin und sind enttäuscht, weil halt das, was sie für Techno halten, in der Realität nicht das ist, was sie für Techno halten? Es ist eben ein Ping-Pong, weil du hast natürlich DJs, die finden, ich habe gemerkt, das ist jetzt eine andere Crowd da, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber ich kann ein bisschen an meine Sets anpassen. Und andere sagen, ja, die werden mega enttäuscht sein, weil in meinem 3-Stunden-Set gibt es nicht einen Moment, wo man findet, boah, alle 30 Sekunden geht es ab und das nächste Drop und solche Sachen. Sondern das ist so ein bisschen mehr so eine fliessende Masse, keine Ahnung was, weisst? Das sind genau die gleichen, die im Live-Feed vom Kalkbrenner vom Tomorrowland die ganze Zeit schreiben über Boring. Du, das ist der Kalkbrenner. Das ist seine Musik. Das ist sein Sound. Das ist sein Sound. Und er hat irgendwie Anfang 90er oder sogar noch 80er, ich weiss nicht mehr genau wann, hat er in Ost-Berlin, Anfang 90er, glaube ich, hat er mit irgendwie 14 verschiedenen, ich weiss nicht mal, wie man das nennt, einfach so fucking Sound-Effekt-Machines hat er irgendwie aneinander geschlossen um neue Sounds zu generieren. Ja. Und das ist das ist sein Ding, ja. Ja. Eben, aber du musst dir nicht, eben die Erwartungshaltung ist vielfach halt einfach falsch. Absolut. Und das merke ich ja auch, ich habe einen Gig gehabt, ich sage nicht welchen, aber, da sind irgendwie so, dritte Reihe, sind wirklich vier, 16, 17, keine Ahnung, etwa jährige, junge Frauen gesessen, wo Support noch gesagt hat, wegen welchem TikTok-Video sind wir jetzt in dieser Show? Hast du den Matteo gesehen oder was? Ich sage jetzt jemand. Und ähm, nachher spiele ich halt meine, keine Ahnung, fucking 80 Minuten oder so, und, von denen vier, kein einziges Mal ein Lacher. Und du hast wirklich gemerkt, die sind am falschen Ort, weil, er hat sich dann herausgestellt, das ist zum ersten Mal eine Live-Comedy-Show gesehen, für die. Und, auch dort, der Wartungshaltung ist ein bisschen andere gesehen, oder? Die haben jetzt, die haben jetzt irgendetwas anderes erwartet. Also, haben sie irgendein Netflix Special geschaut, irgendwo? Nein, die haben irgendein Clip von mir gesehen, wo halt nicht einmal in dem Solo vorgekommen ist, weil es ein altes ist. Das finde ich jetzt aber recht erstauntlich, also, wenn es aufgrund von einem Clip sich nachher ein Billet gekauft. Ja. Dann hat der Clip, welches einmal es war, nimm einen und mach das grosse Business daraus. Also, wenn nachher vier junge Menschen... Also, das hat schon einen Grund, warum wir jetzt wieder Reels rausballern. Also... Ja. Aber, also, wie sind sie denn rausgelaufen, oder haben sie sich über sich ergalen? Die ganze Show? Nein, nein, sie haben es geschaut. Und ich weiss ja auch nicht, das ist der Klassiker. Ja, mega Spass gehabt, erzähl es mal dein Gesicht, bla bla bla. Ja. Es kann auch sein, dass sie es easy gefunden haben, aber sie haben zumindest nicht... nicht... genug oft eine Comedy Show besucht. Nämlich noch nie. Ja. Um überhaupt zu verstehen, aha, ich schaue das ja jetzt nicht einfach daheim auf meinem Bildschirm und schmunzeln ein bisschen für mich, sondern da hat es andere Leute drum herum und die lachen effektiv. Das ist keine Ahnung, keine Laugh-Track. Aber das ist ja jetzt vielleicht eine naive Frage, aber das ist ja bei jedem Comedian genau das Gleiche. Also, dieser Moment hat jeder Comedian mal irgendwo in einer Live-Show. Also, Dieter Nur erzählt irgendwie, meint der Programm, dass er auch irgendwie das erste Mal, als er in Ostdeutschland gespielt hat, wirklich, kein Applaus beim Aufgang, nichts, auch bei Paus hat nichts, kein Lacher, nada in jenen Raum ruhig. Und nachher sind einer draussen gestanden, wo er rausgelaufen ist, nachher zum Auto und hat gefunden, okay, den paniert mir jetzt mal richtig schön. Ja, ja. So, ich habe irgendwie so viel Geld zahlt für das. Puff. Und dann kam er einfach zu ihm an und liefen, so, ich habe noch nie so gelacht in meinem Leben. Ja. Ja, das ist so, vielleicht schätzt du die Menschen jetzt falsch ein. falls die Menschen auch den Podcast konsumieren, tun jetzt da unten, das sehen wir doch, oder? Kommentieren da unten dran. Glocke, und Like, und Subscribe, und das ganze Zeug. In dieser Zeit nehme ich noch ein Schluck von meinem Mutzibecher. Ja, genau. Wie haben jetzt die Menschen das gefunden, dass sie jetzt wirklich mal quasi in der Realität etwas konsumiert haben? Vielleicht haben sie die, hast du ja mal gesehen, dass sie so gemacht haben die ganze Zeit? Vielleicht haben sie, oder so. Sie haben weiter gescrollt. Sie können die Realität wegscrollen. Nein, aber es ist ja auch schön gesehen, vielleicht kommen die nie mehr an eine Comedy Show und vielleicht ist das... Vielleicht hast du ihnen versaut fürs ganze Leben. Vielleicht sagen, wenn das Comedy ist, finde ich es nicht gut. Ich habe sicher schon die Ahnung. Oder irgendwann so in 30 Jahren, beim nächsten Podcast, in der 12. Version des Metaversums, sagen die, ich bin damals, als ich jung war, bei dem Mutzibecher, das erste Mal eine Comedy Show, das war super. Maybe. Ich habe dir extra ein Wasserglas angemacht, damit du nicht... Aha! Wegen fremden Produktplatzierungen? Ja. Ja, aber dann muss ich das Mikrofon so wegschieben. Du musst aus dem Mutzibecher trinken. Aha. Natürlich. Aber dann muss man es wenigstens hier reinleeren. Ja, da hattest du die Wasserglas und da habe ich noch frisches Wasser. Ja, aber dann trinke ich nicht aus dem Mutzibecher. Ja, du hast auch keinen Kaffee drin. Ich habe wirklich keinen Kaffee drin. So, Merch. Sieht man es? Das ist übrigens eine Geschirrwaschmaschine safe. Wirklich? Per Zufall. Ja, ja. Man kann es also auch waschen. Das ist aber schön. Ich trinke eben nie Kaffee, nach wie vor nicht. Yes. Aber Red Bull würde es auch... Oh, das war jetzt schon wieder ein Markennamen. Entschuldigung. Würde auch reingehen. Würde auch reingehen. Also, Sponsoren gelten bitte direkt. Ein Solte und ein Joel vom Mutzibecher. Wie ist es eigentlich, die Subs? Das nimmt mich von einem Wunder. Du hast ja vorhin gesagt, dass du liken, kommentieren, gucken und so. Ja, ja. Ist das... Sind die Subs auf YouTube wirklich wichtig? Keine Ahnung. Weil ich bin ja... Wirklich? Ah, da müsste man vielleicht den Chef fragen. Weil ich habe wirklich eine Feststellung gemacht, die ich mega interessant finde. Ich habe seit Sunrise mir das Fernsehschauen kaputt gemacht. Also, Fernsehsender würde das auch allein schaffen mittlerweile. Aber ich hatte Sunrise zuhause und dementsprechend auch das TV und Apple TV. Mhm. Und die App hat einen Dreijährigen programmiert. Beziehungsweise bin ich überzeugt davon, dass niemand jemals selber die App gebraucht hat. Weil sonst hätte er selber gemerkt, dass sie schrott ist. Ja. Dann habe ich irgendwann mal angefangen zu finden... Also komm, YouTube hat ja wirklich mittlerweile recht, recht guten Content. Also Podcasts wie zum Beispiel jetzt der da und so. Nein, aber es gibt wirklich ja mittlerweile mega, mega guten Content auf YouTube. Nicht nur Katzenvideos und so. Und dann habe ich ein YouTube Premium Abo gemacht, was ich übrigens allen Menschen empfehle. Habe ich auch. Weil sonst, ja... Schwierig mit der ganzen Werbung. Und ich habe einfach gemerkt, dass all die Sachen, die ich eh schaue, die zeigt es mir an, auch ohne, dass ich das subscribed habe. Mhm. Also ist der Abo-Button eigentlich aus meiner Sicht komplett nutzlos. Ich glaube, er hilft dir, wenn mal der Algorithmus nicht so nett ist. Wie ist das so? Weil dann habe ich ja gleich noch die Leute, die eben das eh... Aber ja, also der YouTube Algorithmus funktioniert ja sehr gut. Darum ist wahrscheinlich dort so ein Subscribe nicht unglaublich wichtig. Wichtig wird zuerst eben zum Beispiel die dumme Glocke. Weil dann kriegen die Leute ja effektive Benachrichtigungen, es ist etwas Neues draussen. Das... Ja, aber da bin ich auch der falsche Rezipient, weil ich finde Notifications ist der grösste Fluch von uns im Jahr tausend. Wirklich, das ist so... Ja, ich habe zum Beispiel Push und so habe ich alles. Aber ich freue mich schon auf meinem YouTube, auf meinem Privaten, wenn ich rechts oben ein paar Notifications habe. Ja, nur im YouTube Ding. Ja. Nicht, dass es bei mir aufpoppt. Sondern einfach, wenn ich auf YouTube gehe, würde ich sagen, ah geil, das neue Video ist das, das ist das. Gut, der Unterschied ist wahrscheinlich, weil ich es zuhause auf dem grossen Fernsehen schaue, heisst natürlich auch, ich habe eine grössere Übersicht auf dem Handy. Ja. Macht es vielleicht noch mehr Sinn. Ja. Aber ich habe jetzt wirklich so einen Tech-YouTuber von England, der Mr. Who's the Boss. Wirklich riesige Videos. Huren gut gemacht. Mega Sampa Dude. Nicht sehr mega nerdig, sondern auch wirklich so einfach... Ja, ich habe jetzt einfach mal alle Scheisse bestellt, was mir irgendwie da Wish vorschlägt und so und das ein bisschen auseinandernehmen oder irgendwie ein Smartphone. Das ist wirklich gut. Sehr, sehr gut. Guter Tech-Channel, sage ich mal so. Ähm. Und eben den habe ich nie abonniert, aber ich sehe jedes Video. Ja. Weil es mir sowieso immer anzeigt, weil der Algorithmus merkt, okay, du bist da ein wenig in diesem Game drin. Mhm. Und darum findest du das eh cool. Aber was mir jetzt auch gerade auffällt, was du ansprichst, was mich nervt ist, wenn irgendjemand dann mal ein anderes Video, oder wenn ich dir irgendetwas zeigen möchte, wo ich dir einfach möchte zeigen, so ich find's gerade lustig, irgendein doofes Katzenvideo, und dann ist meine ganze Library wieder vollgeballert mit irgendwelchen scheisse Katzenvideos. Ja. Ich brauche immer den Gastaccount. Das muss ich mir zuerst umstellen. Das ist mein Algorithmus am Arsch. Genau, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Wenn ich dann eben mal zum Beispiel auf dem Fernsehen YouTube einstelle und ich habe mich nicht eingeloggt, wird dann die Startseite ausgesehen. Das ist Wahnsinn. Im Vergleich so, was sonst bei mir dann angezeigt wird. Das ist wirklich auch logisch wie das Instagram, all das Zeugs, oder? Das ist ja der Beste, wenn du mal aufs Suchfeld gehst bei Insta. Ja. Dann siehst du ja mal wirklich, was die Person interessiert, oder? Und bei mir ist es wirklich einfach so, Form Lines, Basketball, ab und zu kommt mal irgendein Football-Meme dazwischen. Ja, das ist so gut. Und Comedy. So, und das ist einfach... Das ist, das ist zu gut. Ich weiss gar nicht, wo es ist. Wo ist das da? Nein, nicht Reels da. Bei mir ist Flugzeug, Surfen und Werbung. So. Cool. So. Und ganz gut ist ja, zum Beispiel TikTok brauchst du ja nicht einmal mehr Account. Es tut ja aber trotzdem deine IP registrieren und für die Algorithmus zusammensetzen. Hast du das gewusst? Ja, das braucht es, weil sonst funktioniert das nicht. Absolut. Das heisst, die For-You-Page, die gibt es auch, obwohl du keinen Account hast, auf dich zugeschnitten. Mit den Daten-Dings, die du hast, ja. Und das ist, ich sage jetzt mal, ein Kollege von mir. Ist das? Ich muss jetzt schauen, dass ich das korrekt sage. Ohne... Ohne... Der eine hat wirklich nur... Der hat keinen Account, aber der hat wirklich nur... Frauen in Unterwäsche. Egal, einfach... Ich kann durchscrollen. Es gibt immer noch mal eine in Unterwäsche und noch mal eine in Unterwäsche und noch mal eine in Unterwäsche. Und sein bester Freund hat... Ähm... Nur Menschen mit Behinderung. Also das erste Beispiel verstehe ich ja durchaus. Soll ich es nachvollziehen? Ja. Das zweite kann niemand es nachvollziehen. Aber er hat einfach anscheinend... Aber konsumiert er dann auch den Inhalt von diesen? Er hat anscheinend zwei, dreimal zu lange... ...gemügt. Und... TikTok hat gesagt, ah ok... Was ja an sich auch gut ist. Weil auch dort gibt es super guten Content, wahrscheinlich. Absolut. Ich habe ja mal... Dings... Es war ein sehr lustiges Erlebnis, apropos Algorithmus bei YouTube. Ähm... Es gibt einen Channel von einem Deutschen, der vor allem so die psychologischen Phänomene quasi hinter diesen YouTube-Videos analysiert. Also quasi ein Kritik-Channel, wo andere so YouTuber, wie sie sich darstellen, Statement-Videos und so vergleicht. Sehr, sehr geil. Also wie wichtig sind jetzt YouTube-Trends für einen deutschen grossen YouTuber als Beispiel. Kann man sich wirklich in die Trends rein kaufen? Was bringt das? Was nicht? Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Und dann auch mal ein Video darauf gemacht, von wegen eben, was dir eigentlich alles vorenthalten wird. Weil du in deinem Algorithmus drin bist. In deinem vorselektionierten YouTube, TikTok, whatever drin. Und... Hat dort bemängelt, dass er eigentlich gar nicht gewusst hat, dass es eine riesengroße Pfeifferraucher-Community gibt auf YouTube. Mhm. Die sind riesengroße. Und erst, als er sich mal ausgeloggt hat, hat er das gesehen. Und... Als ich das Video gesehen habe, habe ich gesagt, das ist geil, ich mache das auch mal. Das erste Video, das es mir anzeigt, ist aus der Pfeifferraucher-Community in Deutschland. Wirklich? Ja. Ja. Aber vielleicht... Vielleicht will du ja eben schon, dass du mich zurücklueckst. Ja. Aber trotzdem, ich habe es einfach recht lustig gefunden, weil es so... Eben... Das ist so die... Das habe ich vorhin gemeint, als wir von diesen Themen geredet haben, mit TikTok und alles. Das... Das ist so eine Echo-Kamera, in der ich selber auch drin bin. Ich habe auch das Gefühl, hey, wow, es gibt so viel guten Content und das und alles. Aber vielleicht wird mir ja verdammt viel gutes Zeug nicht angezeigt, weil ich halt eben so im Film bin, von dem anderen Shit. Und in meinem Algorithmus hineinleben. Und darum eben so ein wenig aus dieser Bubble rausgekommen oder sich wieder mal als Gast einloggen, ist eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Und denen hilft es eben zu abonnieren, weil dann findest du wieder zu deinen Sachen zurück. Ja. So. Ja. Ja. Weil dann kannst du wieder einfach mal schauen und sagen, ah, stimmt. Das finde ich ja auch noch toll. Es ist durchaus ein sehr spannendes Feld. Aber eben, ich sage auch, es geht auch mal darum, wirklich mal neu mit reinzuschauen, wo du dann findest, so, nein, du kannst ja wieder abstellen. Mhm. Aber das ist ja der Vorteil. Es ist ja nur, weil ich jetzt finde, okay, jetzt schaue ich jetzt da mal halt mal schnell 10 Minuten in die FIFA-Raucher-Community von Deutschland hinein, muss ich dann auch nicht die nächsten vier Tage binge-watchen. So. Aber auch das ist ja einfach eben eine Modernisierung vom Fernsehen. Weil was hast du früher gemacht? Früher hast du irgendwie deine vier Sender gehabt, mit den Sendungen, wo du hattest, wo du hattest. Dann musstest du einfach die noch zeitlich dran binden. Dann musstest du sagen, okay. Du bist halt im Viertelabzei auch nicht zuhause für TV-Total. Zum Beispiel. So. Und dann hast du auch nicht gross etwas anderes geschaut. Und dann, wenn du mal anfängst zu zappen, landest du auf irgendeiner Doku über irgendwie Antarktis, äh, äh, Fischer. Oder irgendetwas. Weisst du? Ja, auch geil. Eben. Und dann bist du auf einmal ein bisschen in der Welt. Oder die zweite Staffel Top Gear. Voll geil. Die zweite? Ja, oder die dritte? Spezifisch, ja. Ja, das ist ja gleich. Jetzt aktuell ist es halt einfach 15 funny moments auf Season 2 auf Top Gear. Darum. Und, und ich meine, das ist ja genau das Gleiche mit, was du vorher gesagt hast, mit irgendwie, wenn du die Indie-Bands ihre Platte gekauft haben, dass das ein Skandal gewesen ist, ist ja der Skandal eigentlich nur gewesen, dass die kein Management gehabt haben, äh, wo ihnen die Platte gekauft. Weil so ist es ja eben in den 90er, 80er gesehen. Ja, es ist einfach dumm gemacht. Du musst einfach clever machen. Und, äh, und man erinnert sich ja dann eben nur an die erfolgreichen Sachen von früher. Und darum denkt man dann, ah, das ist früher alles besser gewesen. Okay. Aber ich meine, ja, wenn du jetzt Musik aus den 90ern nimmst und sagst, keine Ahnung, Eurodance. Geil, oder? Aber du vergisst, wie viel mega viel Schrott auch noch in dem Genre rausgekommen ist. Dance to Romance. Sometimes I'm nice, sometimes I'm nice. Und so weiter. Ja. Und, äh. Grüße an Bobo. Und eben darum, erstaunt es mich ja nicht, dass das heute immer noch gleich ist. Heute checken zum Teil die Leute einfach mehr, was abgeht. Wie eben, äh, es wird, es wird ja klarer, äh, und transparenter gemacht, dass, eben Klicks auf Spotify gekauft werden, oder sonst grundsätzlich in Social Media. Und, ja, ähm, ich bin auf dem falschen Bereich für das. Ich habe, ich habe früher auch gedacht, ich kaufe jetzt einfach Tickets von meinen Shows, aber die platziert dann einfach leer. Das ist blöd, ja. Obwohl, ich kenne einen, äh, ich glaube, ich kann den Namen nicht sagen, aber sehr, sehr bekannte Comedian in Deutschland, ähm, ähm, wo ich nicht persönlich kenne, ähm, hat anscheinend einmal eine Show gehabt, in einem Theater, so eine 250er, vielleicht 300 Plätze, ja. Und das ist halt, wie so oft, eineinhalb Jahre vor Ort, ist das, ist das dealt worden. Und dann nachher, ist in der Zwischenzeit, ist es bei der Person, steil gegangen. Dass es sich eigentlich nicht mehr gelohnt hat, in einem 250er 3 unter dem Theater zu spielen. Jetzt hat das Theater gesagt, das verstehen wir, aber, ähm, es war trotzdem mega toll, weil das, verstehen wir, das ist unsere letzte Chance, und dann haben wir einmal, die hier gehabt. Und, vertraglich hat mich irgendwie nicht rausgekommen, bla bla bla. Und anscheinend, hat die Person dann einfach alle Tickets gekauft, und ist nicht gekommen. Wow. Richtig assi. Ja, aber das, weisst du, das ist dann der, wo, spätestens irgendwie acht, neun Jahre später, dann wieder im Theater anläutert, und sagt, hey, ich habe mal wieder eine kleine Show, kann ich doch nicht vorbeichauen. Ja, es geht langsam in die Richtung. Ja, wie es dann doch, hinten raus dann nicht so funktioniert. Ähm, also. Aber, ich finde, weisst du, auch in dem Moment, es ist doch, das wäre doch umso geiler, weil es macht es ja umso exklusiver, wenn es dann bei dir abgeht, und du nach einer Show spielst vor 250 Leuten, in einem kleinen Raum, wo mega begehrt ist, exklusiv, so ein wenig stickiges Theater, im Vergleich halt zum irgendwie Olympiastadion, das ist ja eigentlich umso geiler als Künstler. Und vor allem halt auch für, also ich finde es auch nicht fair, für die Location, oder? Weil schlussendlich sagt ja, Location now, wir gehen ein gewisses Risiko ein, weil wenn wir dich buchen, können wir nicht jemand anderen buchen, an dem Abend. Es ist ja für beide Parteien immer ein bisschen ein Risiko. Absolut. Und das finde ich, ja, das kennzeichnet dich als Drecksau. Ja, es ist mega simpel. Wirklich. Also, auch wenn es bei dir steil geht, das sind doch die geilen Geschichten auch nachher. Für alle. Also, der Künstler wird nachher in zehn Jahren irgendwie in seiner Biografie noch können seine, diese Geschichten wieder erzählen. Wobei die Karriere wahrscheinlich einfach heute nicht mehr so lange dauert. Ich bin absolut bei dir in dem. Aber ich finde es trotzdem sehr unterhaltsame Geschichte. Es ist natürlich Geschichte selber. Für die Beteiligten ist es wahrscheinlich ein bisschen doof, aber so Geschichte selber ist irgendwie großartig. Es ist super nieder. Aber ja, ich glaube schon, dass dort irgendwann das Karma dich in den Arsch spiesst. Weil die spezifische Person äh, ja, läutet jetzt gerade noch in diesem Theater, aber ist schon nicht mehr so gefragt. Schon nicht mehr so Stadien. Ich finde es eh krass. Ich meine, in der Comedy-Szene, ich habe früher immer gedacht, ein eigenes Netflix-Special ist so der Übershit. Also, es ist so wie ein Oscar. Mhm. Das Netflix-Special bekommst du, dann sitzt irgendeiner in irgendeinem Büro, hat keine Ahnung, wer du bist wahrscheinlich irgendwo in Amerika, hat irgendeinen Namen gelassen. Ja, müssen wir machen. Mhm. Und es gibt verdammt viel. Also, wenn ich teilweise in der Comedy-Abteilung schaue, hat es mega viele Spastels von Leuten, die ich noch nie mehr im Leben gehört habe. Vielleicht bin ich jetzt wirklich der falsche Rezipient für das. Das kann sein. Aber... Nein. Du hast den Eindruck? Äh... Nein. Es ist ja dort ein klassisches Phänomen von Angebot und Nachfrage. Das nämlich, bei Netflix hat gemerkt, ah, Stand-Up-Comedy, das läuft. Das wollen die Leute schauen. Das heisst, wir müssen auch denen immer wieder mal etwas auf die Startseite spielen. Das heisst, das ein bisschen kleinere Feld wird immer grösser gemacht und immer grösser gemacht. dass ein paar Netflix-Specials, die ich gesehen habe, ich wirklich ohne Scham behaupte, ich kenne in meinem Umfeld hier in der Schweiz genug Leute, denen ihr das letzte Solo deutlich besser ist. Es hat einfach nicht die Reichweite. Ja, und das ist eben die Kehrseite der Minali. Das ist eben schade, dass dann die Leute, die schon gehypt werden, noch mehr gehypt werden. Ja! Aber eben auch wieder das Billie Eilish-Prinzip, oder? Mit einem Macbook, irgendeinem Interface, einer Gitarre und einem Bruder, der drei YouTube-Tutorials geschaut hat, produzierst ein Album, das eine Welterfolg hat. Und das finde ich extrem geil. Ich würde jetzt nie mit meinem Leben ein Billie Eilish-Konzert hören. Mhm. Weil ich einfach finde so, okay, die Musik sagt mir jetzt nichts, weil das ist mir jetzt zu depressiv, da habe ich eine zu positive Weltanschauung hin und wieder. Wo du ja heute schon fast für psychisch krank erklärt wirst, wenn du hin und wieder sagst, finde ich es im Fall noch cool. Mhm. So. Es ist eigentlich gar nicht so schlimmes Leben. So, Deckeli, ab auf Königsfeld, haben wir früher gesagt, gibt es das noch? Klapsi, wie wird das geheissen? Das Burghölzli? Ich weiss nicht. Egal. Aber es ist wirklich so, wenn du teilweise etwas zu positiv anschaust, finde ich, erklären die alle schon irgendwie für durchgeknallt. Und das ist wie so, genau das Ding. Allerdings, ich finde es super geil für die Leute, die das geschafft haben. Ich gönne das jedem. Weil ich auch finde, irgendjemand hat das ja als gut empfunden, der sich durchaus mit der Materie beschäftigen muss, übersetzt aus den richtigen Gründen gemacht hat. Also, ob jetzt irgendjemand bei Netflix sitzt und sagt, hey, das Special, den finden wir super, den supporten wir jetzt. Oder halt einfach sagt, ich habe mal auf die Likepages geschaut, wie es funktioniert. Also, aus rein ökonomischen Gründen, was dann auch schade ist. Wobei alles irgendwo durch eine Monetarisierung drin hat, oder? Absolut. So, als Beispiel. Was meinst du jetzt genau? Äh, nichts, nichts. Vielleicht geht ihr mal im Merchshop. Ich habe kurz gebeine. Übrigens hat Billie Eilish der identische Beanie wie ich. Okay. Also wirklich. Aber du hast ihn vorher gehauen? Nein, nein, nein. Es kommt nicht um das. Gleiche Marke, äh, gleiches Stück, also gleiches Stückverfahren. Aber andere in Stückzahlen. Auch etwa die gleiche Fläche. Das heisst, ich weiss, was das Plus Minus im Einkauf kostet. Und bei mir ist eine Beanie... Schau da. Der da, ja. Ist das wahr? Mhm. Und hier, ich glaube, ich meine hier, der schwarze mit dem hellgrünen Stück. Unnermitte? Mhm. Ziemlich unnermitte, ja. Okay. Ähm. Und da gibt es Leute, die möchten, dass dort die Schule von Mutzebacher draufsteht. Da? Also wir haben viel Gute gehabt und jetzt kommt die Mutzi. Jetzt kommt die Mutzi-Mütze. Die Mutzi-Mütze. Ja, ja klar. Mutzi-Mützi. Die Mutzi-Mütze. Ja, das ist der Mutzi-Bacher. Die Mutzi-Mütze. Also auf jeden Fall. Ähm. Bei mir kostet er... Ich muss schauen, was er jetzt wird kosten. Haha. Schlecht vorbereitet. Nein. Schlecht monetarisiert. Ich sage jetzt mal 25. Ja. Vielleicht auch 30. Und bei ihr kostet er 69. Mhm. Und sie hat... ...deutlich andere Stückzahlen. Das heisst... Sie hat noch den besseren Einkaufspreis. Das Ding wird nochmal so viel günstiger sein... ...als äh... ...als bei uns. Aber einfach... ...mehr als doppelt zu dir. Mhm. Ja. Billy... Das ist abzocken. Ja, das ist... Das ist abzocken. Ja gut. Und das Ticket kostet ja auch dreimal mehr. Ja. Aber es ist natürlich eine andere Production Value. Ja gut. Ich weiss es. Ich weiss es. Wobei mein Production Value ist ja schon stark gestiegen. Seitdem der Sascha Wanner an der Technik sitzt. Das ist so. Ich war einfach immer viel zu teuer gewesen. Massiv zu teuer gewesen. Ja gut. Ich bin ja dann auch von euch allen ausgetauscht worden. Ich habe ja am Büssi seine erste Tour gemacht. Nachher ist er erfolgreich geworden. Da bin ich nicht mehr dabei gewesen. Jetzt wo der Muzi durch die Decke geht, oder? Komme ich alle drei Jahre mal im Podcast. Schaffe er nicht gratis für die Leute? Für die jungen Künstler. Oder? Ich komme in einem Muzi-Becher rüber. Und damit hat es sich dann langsam. Immerhin gibt es einen Muzi-Becher. Immerhin. Gut. Du hast noch nicht gesagt, ob man ihn nach Hause nehmen darf. Ich habe gemein, der wird hier in die Waschmaschine. Du solltest ihn dann einpacken und nimmst ihn wieder mit heim. So wird es sein. Aber jetzt für die Aufnahme darfst du den natürlich behalten. Das... Nein, wir werden... Ich weiss, was ich dir schenke. Oh. Also das war jetzt nicht so. Ich bin im Fall glücklich. Aber ich weiss, was ich dir schenke. Alles gut. Gehen wir nachher zusammen einen Coop oder was? Babystrampler. Hanischweine. Ja. Ah, und das reicht. Wenn das voll ist, reicht es das einmal zu waschen. Also jetzt langsam sollten wir einen grösseren haben. Mhm. Wie viel? Ja. 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 Was fragst du mich so Sachen? Ja, also 18 bis 24 Monate haben wir sogar noch. Ja. Ja, das ist gut. Dann wachsen wir rein. Ja, aber das ist wirklich... Das ist eigentlich ein schöner Moment gewesen, wo ich meinem Junior das Ding angelegt habe. Und dann fand ich, okay, ich muss jetzt dir ein Foto schicken. Ich habe wirklich so einen Babystrampler Feelgood Comedian, ich glaube, oder? Er steht drauf. Jetzt gibt es einen neuen eben. Ja, den gibt es im Merch-Shop. Und wirklich, ich habe einfach gewusst, jetzt muss ich ihm das Foto schicken, bevor er voll gekotzt wird. Und diese Zeitspanne ist meistens zwischen vier Sekunden und eine halbe Stunde. Und mit dem Feelgood Ding ist es so acht Sekunden gegangen. Verständlich. Ja. Ich hatte, glaube ich, dann sogar geschrieben, ich sehe das Problem nicht. Ja, ja. Du hast gesagt, drei Sekunden später hätte er voll gekotzt. Ja, ich hätte eigentlich eines vorher und nach dem Foto schicken können. Aber das ist wirklich... Ich finde, das steht ihm gut. Sehr gut. Sehr gut. Feelgood. Was ja eigentlich auch schon eine Lüge ist, so. Wie sie alle acht Sekunden umschlagen zu anderen Gefühlszuständen, sage ich jetzt mal. Ja, aber eines davon ist gut. Eines davon ist gut. Ja, 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 ja. Bis halt wieder... Ich müsste das mal ausrechnen. Nein, das ist... Gut, es liegt wahrscheinlich auch mit dem G-Material. Also ich habe ja sowieso... Weiss nicht, ob es eine gute Idee war, dass ich mich vorgepflanzt habe. Also ich weiss nicht, ob die Evolution, dass er so vorgesehen hat. Wir werden es herausfinden. Bist du ein anstrengendes Kind gesehen? Ähm... Eigentlich... Nicht so, glaube ich. Also gemäss Aussage meiner Mutter, wobei ich glaube, sie hat vieles verdrängt. Das ist ja auch die mütliche Romantisierung. Ja, aber das ist das Talent von Frauen, dass sie wirklich sehr, sehr gut Sachen verdrängen können. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Frauen 24 Stunden mit Kindern klar kommen und die Männer nach zwei Stunden komplett am Ende sind. Weil das irgendwie wahrscheinlich Hormonhaushalt biologisch, technisch nicht so funktioniert bei uns. Also das ist wirklich... Jetzt mittlerweile geht es. Aber so ganz am Anfang, so nach zwei Stunden ist dann irgendwann mal so... Okay cool, was habe ich noch für einen Podcast? Was kann ich noch hören? Noise Cancelling? Also... Ich denke, Airpods sind das wichtigste Gute, falls ihr mal älter werden, kaufen hier Airpods. Oder sonstige schalldichte Kopfhörer. Aber dann ist auch wirklich so ein bisschen der Punkt so... Ja, ich verstehe nicht, wie die drei Stunden mit dem Kind, wo an sich noch keine Interaktion hat. Oder? Mhm. Ich meine, es ist ja auf einem kognitiven Level damals, wenn es frisch schlüpft. Kognitiven Level von einem Regenwurm. Also es reagiert noch nicht, es interagiert noch nicht, es passiert. Ja. Und so nach zwei, drei Stunden findest du es irgendwann mal... Ja, hast du dann mal herausgefunden, okay, du drückst dreimal am gleichen Ding, zweimal lachen, zweimal berühlt es. Mhm. Okay, also wo ist jetzt der Zusammenhang? Also checkt es, was es da passiert. Mittlerweile ist das etwas anderes. Also mittlerweile merkst du, dass es wirklich auch ein bisschen schnallt. Was, wie, wann, wo. Wenn er dir auf den Sack gehen will. Wenn er Aufmerksamkeit will. Das ist dann so ein bisschen das... Ja. Das ADHS, das habe ich ihm sicher weitervererbt. Da bin ich fest davon überzeugt, ja. Ich glaube, es ist ja auch, weil man ja... Ohne, dass ich das weiss, aber ich kann mir vorstellen, und das ist also ein bisschen das, was ich höre, dass eine Mutter ja schon bei Geburt eine komplett andere Beziehung zu diesem Kind hat. Natürlich. Als Vater, weil ich meine, das ist ja in ihrem Gewachsen, du hast wirklich schon eine emotionale Bindung. Und beim Vater geht es ja meistens ein bisschen länger. Und ich glaube, darum ist ja dann auch die Geduld auf die bedingungslose Liebe. Also ich meine, ich sehe ja bei meiner Freundin mit ihren Kindern, wo ich ja dann auch merke, jetzt komme ich so langsam an meine Grenzen. Ich dachte, jetzt kommst du langsam an meine Grenzen. Nein, nein, nein. Es ist... Ja, es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es gibt ja trotzdem irgendwann eine so eine Obergrenze, wo die Wanne dann so langsam voll ist an Kapazität. So. Ja, belastbar wie eine Klarsichtviel, sage ich bei mir. Genau, von der Belastbarkeit. Und... Jo, es sind ja nicht meine Kinder, das ist eh nochmal etwas anderes. Aber ich finde sie grossartig. Und... Und... Und gleich merke ich... Bewunderung pur für... Wie viel... Wie viel mehr sie kann machen. Wahnsinn. Nein, wirklich. Also das... Das... Sparringpartner auf einem kognitiv anständigen Level. Also sagen wir es mal so mit jemandem, wo man auf Augenhöhe diskutieren kann. Es kann... Muss jetzt nicht irgendwie... Ah, das habe ich aber super mit ihnen. Ja. Okay, für dich ist es vielleicht jetzt ein bisschen einfacher. Ich als verkappten Astrophysiker will natürlich... Genau. ...über andere Sachen diskutieren. Oder über das neutische Gesetz und so. Über den Quadrat vom Abstand, vom Anzug der beiden Massen und so. Aber... Ja, und ich mehr über die Konsistenz... Von... Der Ausscheidiger. Vom Pupu, ja. Ja. Nein, aber weisst du... Das ist das, was ich so krass finde. Ich meine, es ist ja mega herzig, auch mit Babys zu spielen. Unabhängig ob die eigenen oder nicht. Oder mit Kindern generell. Das ist ja mega süss. Und man kann es eigentlich machen. Und man darf quasi... Als Erwachsenen wieder im Pool umeinander Zeug machen, wo... Sonst alle würden finden, so... Ja, okay... Könnte es sich in ihrem Alter entsprechend ein bisschen benehmen. Aber sobald ein altes Kind dabei ist, kannst du auch wieder dumm tun. Ja. Oder? Und das ist ja schon mega herzig. Aber so nach... Nach 20 Minuten... Welterklären von einem Kind, was ja durchaus sehr interessant ist, ist dann irgendwann mal so... Hey, irgendwie mal wieder ein Satz, wo... auch wieder etwas retourkommt, das irgendwie mit dem Kontext etwas zu hat. Ist dann schon noch interessant. Obla, jetzt ist der Mutzi-Becher am Boden geht. Wie du mit dem umgehst. Schneid bitte schnell auf den Joel. Dann kann ich da... Schnell da ohne das... Danke. Das... Äh... Äh... Wo mich gerade gestern ein Kollege besucht, äh... mit... mit seinem Sohn. Und äh... Und... Und... Dort ist, glaube ich, sehr klar, das passiert, was du meinst. Nämlich... Ich... Ich habe... Ich habe parkiert. Und... Die hat eine Tiefgarage, aber hat nicht abgenommen. Also habe ich halt schnell draussen parkiert. So. Hat noch Platz gehabt. Alles wunderbar. In dem Moment läutet er mir zurück. Und... Wir sind am Telefon und er hat sehr wahrscheinlich Lautsprecher. Und... Dann hörst du gleich. Wo... Gerade in der Phase ist, er schwatzt, aber du verstehst eigentlich nichts. Mhm. Er sagt einfach die Wörter noch nicht so ganz richtig, oder? Ähm... Und dann ist das ganze Gespräch am Telefon für die zwei Minuten, bis ich bei ihnen gesehen bin. Ist gesehen... Wo hat er parkiert? Äh... Er hat draussen parkiert. Und du... Draussen parkiert? Ja, er hat draussen parkiert. Er hat, ja. Er hat draussen parkiert. Ja, ja. Er hat, ja. Er hat das Auto draussen parkiert. Er hat, ja. Er hat das Auto draussen parkiert. Er hat, ja. 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 Er hat nichts aufgehört, oder? Du versteckst. Und dann habe ich es ihm auch noch etwa 30 Mal erklärt. Ja, aber das finde ich... Das ist ja wenigstens... Man ist wissensbegierig. Das ist ja eigentlich eine Eigenschaft, die ja nicht so schlecht ist. Also eigentlich teilweise auch die Praktikanten, aber wäre ich froh, wenn die einmal in der Garage parkiert hat, weil das würde ja immerhin davon zeigen, dass sie sich interessieren oder ein bisschen weiterdenken, dass der nächste Gast, den sie einladen, vielleicht auch einen Garagenparkplatz gerne hätte. Also das ist eine Eigenschaft, die ich löblich finde. Aber ich finde auch, ich habe verdammt Mühe, Kinder zu verstehen. Also wirklich auch gewisse Menschen in meinem Umfeld, die jetzt auch schon ein bisschen grösser sind, die jetzt eben auch schon, wie soll ich mal sagen, ganze Sätze aneinander drehen, aber ich verstehe diese nicht. Und dann läuft ich nicht mehr und dann finde ich so, hä? Und die Mutter vom Union eben daran so, ja das ist kein Problem, dann gehst du einfach dort nicht in den anderen Garten. Wieso? Also ich bin super gespannt, ob das bei mir umschlägt, ob das bei den eigenen Kindern selber hast, also ob das verstehst. Ich glaube schon, weil es ist ja eigentlich eine Fremdsprache. Ja, total. Es ist eine Fremdsprache, die du halt einfach lehrst. Und logischerweise, wenn du einmal in Elsass fährst, gut Elsass eh nicht, aber sag mal, wenn du einmal in Paris gehst, dann wirst du jetzt auch nicht wirklich verstehen, was die Leute sagen. Also ich generell schon mal einfach nicht. Aber wenn du ein Jahr in Paris lebst, dann würde sogar der Warner irgendwann sagen, salut, un baguette. Oh, au reservoir. Aber das würde bei mir wahrscheinlich nicht lange mit dem Französisch, das ist so. Selbst mein Englisch, ich habe es gerade gestern gemerkt übrigens, ich darf nicht, wenn ich gewastet bin, Englisch reden. Ich würde sonst für mich sagen... Du darfst eh nie Englisch reden. Ja, eigentlich nicht. Aber es gibt immer wieder die Situation, wo du halt musst. Und ich kann mich verständigen und die andere Person weiss eigentlich, was ich ihnen sagen will. Es hat sicher grammatikalische Fälle drin, aber es ist wenigstens irgendwie so verpackt, dass es eigentlich noch nach einer Konversation tönt. Aber sobald ich gewastet bin, ist nichts wirklich. Das war vorgestern sogar... Vorgestern war Street Parade. Ja, ich weiss ja nicht, wenn du das ausstrahlst, ich wollte dein Ding nicht kaputt machen, weil du sagst, der Sommer sei schon vorbei. Ich habe nicht gesagt, der Sommer ist vorbei. Du hast gesagt, wir sind zurück aus der Sommerpause. Richtig. Eben, das heisst, der Sommer ist vorbei, wenn du zurück bist aus der Sommerpause. Nein, nein, in zwei Wochen wird der ausgestrahlt. Also vor ein paar Wochen war es Street Parade, dort kann es sein, dass man... Das ist wirklich massiv. Und dort merke ich wieder, wie mein Hirn langsam wird, je mehr Alkohol ich am Tag vorher hatte. Währenddem habe ich das Gefühl, es ist verdammt schnell. Aber ich glaube, dort habe ich nur das Gefühl, es ist verdammt schnell. Absolut. Aber dort schliesst sich dann auch wieder der Kreis. Ich habe das Gefühl, solche Gespräche am Morgen um 4 Uhr besoffen in der Zucke sind einfach nicht mal in der Zucke. Es ist... Tiefgarage, parkiert, nein... Ja, wird ein ähnliches Level haben. Aber darum hasse ich zum Beispiel die Kiffe. Ja, das ist mühsam. Weil dort schwarze ich schneller, als ich mir hier nicht denken kann. Und sonst ist es im Normalfall umgekehrt. Und ich sage jetzt mal negativer gesagt, könnte man sagen, ich denke viel langsamer, als ich dann schwarze. Und ich glaube, ich schwarze dann schon langsam und ich komme nicht einmal dann nach. So. Aber ich bin mal bekifft, die Comedy zu schauen. Und ich habe nie, wirklich nie gesehen den Joke. Und sonst... Okay, aber das ist ja jetzt nicht so schlecht. Ich habe mir gedacht, es kommt jetzt der Joke und 30 Sekunden später ist schon die nächste Line im Aufbau und dann der Joke. Aber es ist wirklich ein bisschen so gesehen. Ich habe es nie gesehen. Und es hat mich zu tot gestresst. Und da habe ich wirklich gedacht, aha, aber jetzt... Ja, aber das ist ja Deformation professionelle. Genau. Und da habe ich gedacht, aber jetzt checke ich, wie es ist, wenn vier TikTok... TikTok-lugende Leute im Publikum... Nein, aber dann ist so... Jetzt verstand ich deutlich mehr, wie Comedy für Leute kann sein. Und wenn man nicht beruflich mit dem zu tun hat, ist das ja mega geil. Weil ich weiss ja bei einem Song nicht, wo es vorher durchgeht. Und jemand, der Musik macht und Musik produziert, wird das auch wissen. Aber ich höre einen Song, wenn ich das zum ersten Mal höre und ich bin wirklich von A bis Z, bin ich einfach nur überrascht und dachte, wow, das ist jetzt aber geil, jetzt geht die Melodie hoch. Ah, jetzt kommt irgendwie der Takt dazu. Also empfiehlst du jetzt allen Menschen, sie sollen mal ihren Job konsumieren, bekifft, um herauszufinden, wie es ist für normale Menschen. Also ist das jetzt so ein Therapievorschlag? Das wäre jetzt das, was ich jetzt aus dem Kontext nehme. Also wenn du das aus dem rausziehst... Also wenn du beim Daten an der Kasse schaffst, dann geh mal bekifft, und dann weisst du, wie sich Menschen fühlen. So. Vielleicht mehr mit kreativen Prüfungen. Ja, also liebe Swiss-Pilote. Nicht so, als Idee. Aber ja, das wäre sicher noch spannend. Gut, ich war immer der schlechte Kiffer. Ich habe nicht mehr gekifft als Gruppenzwang. Rein. Aber ich wollte schon immer dabei sein. Aber dann kann man, wenn man in einer Gruppe ist, dann kann man ja einfach immer nur so tun als ob und geht dann weiter, oder? Ja, nein, dort musst du halt... Aha, hast du... Ja, du musst schon beweisen, dass du das machst. Was aber auch wirklich zu einer sehr kreativen Phase von meinem Leben geführt hat übrigens, weil... Ich habe dort gemeint, ich sei verdammt smart. Weil ich halt in der gleichen Zeit... Es ist jetzt auch so mit 16, also dort angefangen zu rauchen. Mhm. Und dort hast du noch nicht geraucht, wie heute, wo du findest so, es ist ein bisschen ein Genussmittel oder halt ein Antistressmittel oder warum auch immer. Also du hast das noch nicht so schön geredet wie jetzt. Aber jetzt hast du halt einfach... Du bist ja nicht einfach irgendwie am Morgen um 7 Uhr rausgestanden und hast in der Kälte die Zeit geraucht, weil du das Gefühl hast, du musst eins rauchen, sondern du hast halt dann hinter... einem Brücken dort in der Ecke, neben dem Flüsschen, bist du halt eins rauchen, weil du es halt cool gefunden hast. Und ich habe wirklich... Es ist völlig dämlich. Damals gefunden, okay, ich will ja nicht, dass meine Eltern das mitbekommen zu Mami. Also bin ich nach Hause und habe die Hände gewaschen. Mhm. Und die Zähne geputzt. Mhm. Was ich sonst nie gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin. Also... Ich dachte, ich sei sehr smart, aber ich habe mich verraten, indem ich mich nicht verraten wollte. Was recht dumm war, so stelle ich jetzt im Nachhinein fest. Aber es ist lustig. Es ist wirklich so... Ich fand, ich bin sehr clever und das finde ich auch irgendwie so ein bisschen schöner. Und da würde sich der Kreis wieder schliessen zum Feel-Boomer-Podcast. Ja. Das ist so ein bisschen schöner am Älterwerden. Ich bin entspannter geworden, habe ich das Gefühl. Ja, also für deine Verhältnisse... Ich habe es mal mit einem gemeinsamen Kollegen davon gehabt, haben wir gesagt, der Wanner ist jetzt eigentlich noch auf 70% von dem, was noch früher war. Und das ist immer noch etwa 300% mehr. Wie andere... Ja. Aber das braucht es so. Aber ich sage einfach... Irgendwie... Ich versuche mich heute, glaube ich, irgendwie nicht mehr so oft zu erklären, beziehungsweise einfach einmal dafür richtig. Also wenn ich sage immer, so die Menschen, die zum Beispiel in einer Produktion mit mir zu tun haben. Mhm. Dann sage ich, schau, alles das, was ich mache, mache ich für das Produkt. Mhm. Und vielleicht gehe ich dir jetzt mega oft Eier oder es ist völlig überdimensioniert oder ich weiss nicht, was noch alles machen. Mhm. Und ich brauche Menschen, die mich ein bisschen bremsen. Ja. Aber in diesem Moment... Lass mich... Lass mich in Frieden machen. Es kommt gut. So, ich weiss, was ich mache. Mhm. Im Optimalfall. Weil ich hätte jetzt auch die, wir... Nie würde ich reden, inhaltlich in dem, was du in diesem Video sagen musst. Ich würde sagen, es geht mich ja nichts an. Wenn jetzt auch... Sollte ich da nicht. Interessiert ja nicht, über was wir jetzt inhaltlich... ...schwätzen. Ja, selbst nicht. Eben. Es interessiert die mir. Sie komplett gar nicht. Aber muss ihn ja nicht. Weil er muss dort den Knöpfchen drücken und muss schauen, dass es ein bisschen gut aussieht, ausgeleuchtet ist, dass das Mutzi-Logo vom Mutzi-Becher immer schön in die Kamera gehalten wird. Merch-Shop-Link, unten in der Videobeschreibung. Weil es langsam ein bisschen werberisch ist. Das will ich nicht. Entschuldigung. Und das finde ich schon noch spannend. Und dort bin ich mittlerweile vielleicht auch ein bisschen entspannter geworden im Stil, dass ich finde... Schau, nach einer gewissen Zeit, ihr wisst, was ich zu diesem Produkt beitragen kann. Mhm. Und wenn du ja zu mir kommst und sagst, kannst du mir dort helfen, dann muss ich mich nicht mehr erklären, warum das so ist. Weil du weisst ja blöd gesagt, was ich kaufst. Absolut. Also, Expectation Management heisst das heutzutage. Ja. Das habe ich auch gelernt, dass eine direkte Kommunikation oft schon viel aus dem Weg räumt. Ja. Und zwar proaktiv, eben bevor es passiert. Natürlich. Aber es ist auch irgendwo durch eine coole Ansicht, dass man dann immer noch so ein bisschen sich selber überraschen kann. Also weisst du, dass man dann trotzdem noch merkt, nach irgendwie so langer Zeit... Ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr mein 20-jähriges Radio-Jubiläum, wenn man das so sagen kann. Ah, wirklich? Ja. 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 Aber einfach so 2003 hatte ich quasi meinen ersten gezahlten Job im Radio. Und ich finde, wenn du nach 20 Jahren etwas machst und es immer noch geil findest. Und immer noch so ein bisschen, immer noch so ein bisschen den Hybris hast du von früher. Nö, geil, nö, 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 nö. Wo sehr viele Leute irgendwie finden, ja, braucht es nicht mehr, bringt da nichts mehr und so. Das finde ich noch geil. Wenn du das immer noch hast. Das ist ja, glaube ich, auch die alte Regel, das merke ich jetzt auch gerade wieder in der Erarbeitung von meinem Programm, dass irgendwie mit 20 Prozent erreichst 80 Prozent vom Ziel und mit den anderen 80 Prozent die letzten 20. Ja. So vom Aufwand her. Absolut. Das heisst, du kommst schnell mal an ein Level, wo du sagst, okay, das ist irgendwie passabel, ja. Aber die letzten 20 Prozent, für die musst du sehr viel Aufwand reinstecken. Das ist ja so. Aber die machen es eben auch aus. Richtig. Und das ist das, wo ich den jetzt auch schon ein paar Jahre kenne und im Auto gern mal so zwischen Radiosounder-Switch, ist das schon das, wo meinem kleinen Nerd-Kopf, wo ja dann gleich auch so ein bisschen in den Feinheiten der Anspruch geht, okay, so der Klassiker, so und so viele Sekunden Intro, das heisst, man redet genau so lange und dann kommt dann schnell das Jingle dazwischen und danach geht es genau los, wenn die Person sinkt und so, oder? Dort merke ich natürlich schon bei dir die letzten 20 Prozent, wo ich so finde, ich höre, wenn du eine Sendung machst, obwohl du nicht am Schwätzen bist. Wirklich? Das ist gut. Es ist eben einfach schade, weil ich habe das Argument auch öfters schon mal gebracht, am Mitarbeitergespräch, das hat wie kein Mensch interessiert. Das ist ja dann wieder das andere, weil viele Leute sagen, Alter, die 80 Prozent Länge. Ja, aber, weisst du, ich finde... Wir zahlen, wir zahlen ja nur 80 Prozent Länge. Ich glaube eben genau das andere Ding und ich rede mir das natürlich schön, wenn ich halt auf das schauege. Du bist jetzt nicht mal auf das eingegangen. Für mich ist das natürlich auch relevant, weil ich eben auch finde, so, schau, für mich macht es das besser, vielleicht kommen andere und sagen, ja, weisst du lieber dreimal genauer überlegen, was du da sagst, vielleicht mehr auf den Punkt und 1M weniger drin, anstatt das irgendwie nachher schön zusammengemischt und gefahren und da und da und da und da. Und ich finde eben, nein, es macht irgendwie für mich das Gesamtding aus. Genau gleich eben, weil du all das sagst, also jetzt auch beim ganzen Bootzeug, wenn all die WhatsApp-Anfragen landen bei mir und das ist wirklich, das ist hanebüchend, was heute passiert und wie faul Menschen sind. Also, weisst du, wirklich so, die Fragen, die man teilweise bekommt. Und selbst steht, denke ich, am liebsten würde ich dort einfach nur antworten, so, schau, oder einfach standardig, schau, da ist die Webseite, es steht da drauf. Nach einem vierten Mal findest du irgendwann, schau, es ist wirklich auf der Webseite drauf. Ich kann jetzt leider nicht sein, um jedem einzelnen Menschen zu erklären, warum das so ist. Genau gleich, wie nicht jeder einzelne Mensch Tickets gewinnen für den und den Event, genau gleich, wie es bei dir eine begrenzte Kapazität hat im Zeuginnen. Aber ich glaube halt eben so... Es hat dann erreicht, die begrenzte Kapazität. Die letzten 20% ist eben auch das, was schlussendlich Nachhaltigkeit ausmacht. Weil alles andere können alle, die sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigen, die mal als YouTube-Tutorial geschaut haben, die wissen, wie die Comedy funktioniert und so. Aber die letzten 20% sind dann eben der Mutzebecher. Ist ein Büsser, ist ein Charlie, egal wer jetzt im Comedy-Bereich. Oder halt moderativ irgendwelche andere Menschen. Das sind dann die Themen, wo ich irgendwie sage, eigentlich interessiert mein Thema nicht einmal. Mhm. Aber ich lasse dir jetzt zu, weil du es schaffst, um mir das irgendwie interessant zu erklären. Und ich finde, das ist der Moment, wo es wirklich geschafft hat. Aufs Radio bezogen. Mhm. Dass wirklich irgendwie einer sagt oder eine sagt, hey, das ist cool, eben thematisch interessiert mich im Bruch. Mhm. Aber es ist cool präsentiert, also gebe ich mir das jetzt. Ja. Das denke ich ja bei der Comedy, wo, wenn irgendjemand eine Meinung auf der Bühne hat, merke ich immer, ich muss gar nicht die Meinung haben, sondern es muss einfach etwas mit mir machen. Natürlich. Und danach kann ich sagen... Zum Überlegen anregen. Nicht einmal, sondern es gefällt mir trotzdem. Weisst du so, nicht meine Meinung, aber finde ich gleich geil. So. Und ich glaube, das macht schon extrem viel aus in all diesen Bereichen. Definitiv, ja. Also eben, ich meine, vor allem, wenn es dann so ein bisschen ins politische Kabarett reingeht, wie noch früher, wo ich aber auch finde, also vor allem gibt es in Deutschland zwei, drei Exponente da, wo ich finde... Du schaust ja, was schaust du, die Anstalt und so. Anstalt? Ja, auch nicht mehr so oft. Ja. Ähm... Es ist nicht mehr... Es gibt zu wenig Tafelnummern. Das ist jetzt mega ein Insight. Entschuldigung. Ähm... Ähm... Nein, es ist jetzt... Also der Klaas von Wagner, äh... der das ja macht... Ähm... Der hat immer so... Früher hatten so Tafelnummern. Also jetzt gibt es schon... Er hat schon... Seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Es ist einfach so ein... So ein Flipchart, so eine Tafel gewesen. Ja. Wo sie so... Die... Da haben wir irgendeinen Skandal. Wer mit wem? Wer sitzt da im Verwaltungsrat? Und wer hat da wieder beschissen? Und Korruption und all das. Und ich... Ich habe dort wirklich zwei, drei Mal... Erst... Bei den... Bei den Satiresendungen... Erstmal verstanden... Ah... Okay... Mhm... So... Funktioniert das. Oder so ist der Skandal... Zusammen gekommen. Oder... Da sind die Zusammenhänge. Und im zweiten Gedanken finde ich dann so... Also wenn es einfach... Comedians schaffen, zu mir einen Umstand zu erklären... Wo auch noch lustig ist, aber tragisch... Wo sind all die Kontrollgremien gewesen, die irgendwie da mal drauf schauen sollten? Also... Das ist jetzt bei der Credit Suisse als Beispiel, oder? Ja... Wie viele Menschen... Haben... Das nicht gesehen... Inklusive die ganzen staatlichen Organisationen von Finma bis was weiss ich... Oder? Wo ich dann verstehe, dass die Reaktion der Menschen ist so... Hey, wenn ich irgendwie zwei Tage später meine Rechnungen nicht zahle, komme ich gerade wieder eine rüber mit irgendwie 5 Franken Manngebühren und bla bla... Aber die anderen vertrauen... Keine Ahnung was für die Zahlen... 32 Milliarden Boni... 2 Milliarden Minusumsatz, dass es nicht funktioniert... Ich kann nicht rechnen, aber selbst... Selbst... Ich wäre qualifiziert für Geschäftsleitung wie der Credit Suisse, oder? Und das sind so die Momente, wo ich wirklich... Und finde... Ja, aber Jungs, Mädels... Wie? Und das finde ich super geil, wenn mir dann ein Humoristin oder ein Humorist... Mir kann einen komplexen Zusammenhang so erklären, dass ich finde... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das finde ich super geil. Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass das bei Humoristin nicht der Anspruch auf Vollständigkeit herrscht, oder? Natürlich! Sondern in der Comedy reden sie immer von Angels, oder? Und dann ist es ja ein spezifischer Blickwinkel. Und... Und darum ist natürlich dann dort die Gefahr, dass das Menschen aufgrund von Satirekonsumation das für die absolute Wahrheit gesehen haben. Das ist sowieso... Wahrheit gibt es sowieso nicht. Genau. Und es ist dann halt... Es gibt nur nicht falsch. Das ist so ein bisschen... Von der empirischen Wissenschaft her. Aber ja, es... Auch dort, oder? Es hat... Jeder von uns... Wir reden im Moment nur immer von Ideologien, oder? Und... Jeder von uns, habe ich das Gefühl, hat irgendeine Ideologie dahinter. Also, weisst du, jeder von uns hat irgendeine Meinung. Und auch wenn man sagt, Journalisten sollten neutral sein. Komplett neutral kannst du gar nicht sein. Ja. Ausser, du hast jetzt zwei wissenschaftliche Experimente, die empirisch gegeneinander aufgestellt werden und sagen, das hat funktioniert, das nicht. Also... Ist das richtig und das ist mal falsch? Ja. Bis vielleicht irgendein anderes Experiment kommt, wo man sagt, das ist noch richtiger... Genau. Das hat zum Beispiel Oppenheimer ja gezeigt. Ja, oder? Genau. Ja, schöner Vergleich Barbie wahrscheinlich sogar auch. Auch, ja. Einfach auf einer anderen Ebene, oder? Absolut, ja. Aber eben, ich finde, das ist wirklich... Man darf sowieso alles, was einem erzählt wird, nicht für ein paar Münze nehmen. Egal wer. Mir hilft es, seit ein paar Jahren zu wissen, dass eben alles, was jemand sagt, eine persönliche Motivierung hat. Motivation, sorry. Natürlich. Und meistens ist ja auch das, was ich weglassen, ist ja vielleicht sogar die interessantere Information. Weil wenn du mir ja eine Frage stellst, dann beantworte ich dir ja die Beantworten mit dem, was ich das Gefühl habe, ist das Richtige. Mhm. Und je nachdem, da kann ich meine Antwort ja passen. Absolut. Also wenn du mich jetzt einfach fragst, welches Handy ich kaufen soll, dann sage ich natürlich von meiner Ideologie, von einer Firma, die wir jetzt nicht nennen wollen. Ähm. Der Äpfel schmeckt mir noch recht gut. Dezent, genau. Und dann versuche ich natürlich, dort ein bisschen oben runterzupendeln, weil ich bin ja nicht beteiligt an dieser Firma. Gut, ich habe drei Aktien. Und das ist übrigens immer ein Job. Ich habe drei Apple-Aktien. Yay! Du fragst, wann hast du sie gekauft? Ja, vor zwei Jahren oder so. Es ist nicht... Nicht Forrest Gump style. Nein, darum bin ich auch nicht in der Geschäftsleitung der Credit Suisse ausgeründet. Aber dort... Oh, der Bitcoin ist mega hoch, ich muss ihn kaufen. Ja, genau das. Nein, 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 ist gut. Ich habe bis jetzt, glaube ich, schon etwa 50 Euro plus gemacht. Also von dem her... Ja... In 40 Jahren reden wir nochmal darüber. Absolut. Aber... Ich meine, dort habe ich eine andere Motivation, um dir eine andere Antwort zu geben. Weil ich bin nicht beteiligt. Also für mich ist eigentlich nur etwas relevant. Ich will nicht, dass du zwei Wochen später zu mir kommst. Jetzt habe ich einen Scheissdreck gekauft, weil du mir das gesagt hast. Das ist das, was ich verhindern will. Weil das geht mir nachher auf den Sack und mit dem habe ich ein Problem. Also versuche ich dich so gut wie möglich zu beraten mit den Prämissen. Schau, für mich ist es so, aber für dich könnte das das. Du brauchst kein Brot, plus, bla, hin und her, sondern das reicht für dich. Aus einem technischen Bereich von mir aus. Wenn ich jetzt aber irgendwie beteiligt bin, Neumet, habe ich ja natürlich... Also wenn ich jetzt etwas bekomme und erlöse von deinen Beanies oder vom Mutzibecher... Absolut. ...dann werde ich vielleicht gewisse Aspekte anders begutachten und diese verkaufen oder eine Information unterschlagen. Und das ist schon... Meistens machen die Leute das unbewusst, würde ich behaupten. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass die Menschen das wirklich so bewusst machen. Nein, weil es in ihrer Welt ihre eigene Worte ist. Exakt. Und in dem Moment zeigt sich das ja dann eben sehr deutlich, weil... Gerade wenn ein Rotschlag gefragt wird oder so, dann kann man ja nur von der eigenen Welt aus gehen. Im Normalfall. Jetzt kann man aber auch dort natürlich schon weiterdenken. Und, das ist dann auch noch spannend, wenn dann auf einmal der Aspekt trinkommt... Ich sage dir etwas, weil ich das Gefühl habe, du würdest das gerne hören. Dann wird es ja absoluter Mindfuck. Man kann nett sein oder ehrlich. Dann sage ich ja auf einmal nicht mehr das, was eigentlich meine persönliche absolute Worte ist, sondern etwas, das ich denke, das würde für dich persönlichen Algorithmus in deinem Kopf... Du musst dir einen Disclaimer machen, also dann sagst du mir jetzt das und das. Weil das habe ich bei mir festgestellt in den letzten paar Jahren, dass ich quasi nicht mehr möchte versuchen, Leute von meinem Dings zu überzeugen. Also wenn es jetzt um eine Produktion geht, als Beispiel irgendein Event oder so, wo jemand sagt, hey schau, das und das wollen wir machen. Was brauchen wir dazu? Und ich hätte jetzt einen Materialschlachter oder 12 Kamerakräne, 14 Tolles, 300 Steadicams, 14 Drohnen, egal, baff, rausballern. Und Händchen anziehen. Genau, grösser rausballern als die Oskar und Coachella, einfach reinendings. Und dann kommen irgendwelche Menschen und sagen, hmm, Budget. Und dort habe ich dann immer noch versucht, die Leute davon zu überzeugen. Und mittlerweile sage ich halt einfach, schau, wenn du das so machst, wie du das willst, dann ist das Resultat. Und du musst einfach nicht im Nachhinein nachher sauer sein, dass es nicht so rausgekommen ist, wie du wolltest. Also, bist dir bewusst, dass du auch mit einem iPhone, das kann auch 4K. Das ist auch ein geiles Bild. Aber eine richtige Kamera kostet mehr Geld, weil sie eben mehr kann. Yes. Und das hat ja genau auch einen Grund, dass du zum Beispiel jeder Mensch, der irgendwie mal sagt, ich habe da hinten einen grossen Skiwerfer und da hinten ist es dunkel. Also, wenn du jetzt da in diesem Studio einmal so mit dem Handy rumzündest, dann wird das Bild hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel. Und das willst du ja eben genau nicht. Und das sind genau so Sachen, wo ich dann finde, ich muss die Leute nicht mehr davon überzeugen. Schau, das ist das Ding. Sondern einfach, schau, das passiert. Ja. Wenn du mit dem leben kannst und dir das scheissegal ist, mach es. Ich persönlich finde es scheisse. Aber, das ist ja dann nur meine Subjektivmeinung. Das ist ja das, was ich bei mir gemerkt habe, wie, ich sage jetzt mal, eben noch vor ein paar Jahren, ein Afro kommt und sagt, Hallo, wir wollen auf einem Fussballplatz, ohne Mikrofon, 300 Leute bespassen und wir zahlen so und so viel Geld, für das du dort auftrittst. Ja. Und ich vor acht Jahren gesagt habe, das ist die beste Idee. die ich jemals gehört habe. Das machen wir unbedingt. Und es ist die grösste Shitshow ever geworden. Überraschend, ja. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Aber ich sage es noch. Ja. Zu heute, wo ich sehr oft auch etwas absage, weil ich sage, Hey, das funktioniert nicht. Bin ich jetzt der Falsche dafür? Weil meine Erfahrung ist, das ist eine rote Flagge, das ist... Aber das ist jetzt ein spannender Punkt. Sagst du, das funktioniert nicht? Oder sagst du, ich bin der Falsche dafür? Weil das ist eben genau das, was ich vorher damit gemeint habe. Ich kann mich zum Teil nicht bremsen. Kürzlich habe ich dann, obwohl ich abgesagt habe, weil ich nicht konnte, habe ich dann gerade noch geschrieben, ich würde wirklich, nehmen wir es an oder nicht, aber ich würde euch dringend empfehlen, das und das und das nicht zu machen. Weil ich finde, das kommt dann immer so ein wenig arrogant rüber. Weisst du, ich weiss es nicht besser als du. Ich kann dir einfach sagen, meine Erfahrung zeigt, ich bin dann die falsche Person für das. Ich habe dann dort gesagt, aus meiner Erfahrung für alle Beteiligten, also konkret irgendwie, weisst du, eine Stunde auftritt nach einem Weihnachtsessen. Ja. Eine Stunde, also der Kakao, wer will, vergiss es. Ja, aber diesen Fehler machen ja so, so viele Companies, egal bei was. Und eben darum habe ich dann gedacht, hey, wahrscheinlich würde ich jetzt meine Grenzen überschreiten, indem ich das jetzt einfach trotzdem noch so sage. Und dann ist aber eine sehr dankbare Rückmeldung gekommen, von wegen, es ist mein erster Event und das ist alles nicht entsteigt. Ui, das ist aber äusserst selten. Und wirklich, vielen, vielen Dank, ich würde es auf jeden Fall im Hinterkopf haben, was die Person dann damit macht, immer noch. Das hast du sowieso nicht im Griff. Aber das ist jetzt wirklich, also das finde ich jetzt sehr, sehr, wie soll ich sagen, eine sehr erwachsene und professionelle Reaktion, weil die meisten können ja auch nicht zugeben, dass sie von jemandem etwas nicht wissen. Also man kann ja immer alles und ich finde, nein, ich muss gar nicht alles können. Wenn ich eine Frage habe von Comedy oder Über-Comedy oder Sub-Comedy, dann frage ich die Comedians, die ich kenne. Ja. Weil die beschäftigen sie mich mit dem Zeug. Wenn irgendjemand eine Frage hat zu den Judi-Supi-Duppi-Sportböten, ja, hört mich an. Kann er gerne meine Meinung sagen? Und immer die Diskussionen, ja, was ist es denn besser? Das oder diese Marken oder Sepp und so. Ich habe gesehen, schau, nur weil eine Marke die meist bekannteste in irgendeinem System ist, nehmen wir jetzt mal Nokia bei den Handys. Wie viele Menschen haben heute noch Nokia-Telefon? Und trotzdem ist es damals die bekannteste Marke gewesen. Mhm. Ist es noch lange nicht das Beste? Nein, aber Snake war schon ein Argument. Snake war natürlich genug Argument für Nokia damals. Sie haben einfach irgendwann mal den Punkt verpasst. Absolut. Aber auch dort, oder, ich meine, genau, ich diskutiere über Autos, diskutiere über jedes Konsumgut, wo es eine grosse Auswahl gibt. Ja. Du wirst dir nicht einig werden. Wenn du jemanden kennst, der halt einen Ferrari-Fan ist, dann kannst du dir noch lange einen Lamborghini herstellen. Der wird dir sagen, nein, 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 nein. Ja. Die kennen Ferrari. Ja. Das finde ich wie so, ja, wenn ich ihn nicht kaufen muss, dann nehme ich den Lambo eine Zeit. Das ist überhaupt kein Thema, oder? Es ist beides im Sportwagen, es ist beides cool. Aber es ist wie so, du wirfst dir nicht einig werden in solche Sachen, also diskutiere ich auch gar nicht, weil es ist selbst das, oder? Und ich komme noch ein bisschen drauf, weil ich das jetzt merke, halt bei unserer totalen Randsportart, die wir machen, mit dem Wakesurfen, oder? Sobald die Leute das mal ein wenig im Griff haben, fangen die Diskussionen an. über die Shapes der Bretter, über den Auftrieb, über die Welle, über wie das Boot liegt, und bla, und legs, und so. Und jetzt sage ich, ja, ja, aber weisst du, der andere hat das Boot, dort machen wir es immer so, dort sind wir auf dem 7. Ja, ja. so, ja, aber das kannst du nicht, 7 heisst nicht gleich 7, weil das gibt ganz viele Faktoren, die da drin spielen. Gewicht, Welle, Wind, alles. Das habe ich ja, das habe ich ja beim Golf. Ja, jetzt wird es ähnlich sein, ja. Als ich irgendwann angefangen habe, den anderen zu sagen, jetzt müssen wir dann aufhören, als ich den anderen angefangen habe zu sagen, hey, einfach, wenn wir auf eine Runde gehen, ich will kein Feedback. Ohne Scheisse, ich spiele eh scheisse. Also weisst du, das ist nicht einmal der Punkt, aber… Du bist so der Fishing for Compliments, dass wir nachher auch sagen, nein, Joel ist gar nicht so schlecht. Nein, nein, nein. Sondern es ist wirklich, es gibt dann so einen Automatismus, das hat auch der letzte Golflehrer zum Beispiel gesagt, irgendwie, einen verhackten Ball und dann nachher sagen, sei irgendwie jemand, also, ah, zu früh aufgestanden beim Schwingen. Und irgendwie alle, die sonst auf dem Platz sind, sind irgendwie so ein bisschen zufrieden mit dieser Analyse, oder? Und dann geht es weiter. Ja. Ob das stimmt oder nicht, ist schon einmal dahingestellt und was das mit der anderen Person macht, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber das ist doch das Grundziel vom Mensch, die Scheisse am Ende schön zu reden. Das ist doch… Das ist doch… Also… Man kann das jetzt philosophisch anschauen, aber… Vielleicht gibt es eine positivere Weltanschauung, aber… Es geht doch darum, auch jetzt eben, vom Golfen egal, bei uns auch. Es gibt Leute, die wollen irgendwie ein bisschen bluffen, weil sie irgendwie finden, dort ist irgendeiner, bei uns jetzt auf dem Boot, der vielleicht ein bisschen mehr Follower hat, also will ich dort ein bisschen abreissen oder es sind ein paar Girls hinten drauf, oder was auch immer. Man will irgendjemanden beeindrucken von mir aus. Und dann funktioniert es nicht und dann ist… Ja gut… Das ist natürlich auch mit den Wellen und dem linken Pitchhift, es ist halt schon einfach… Hey weisst, meine Nose ist halt einfach immer getaucht, das ist halt wirklich das Problem. Es ist… Bei einem anderen Boot ist natürlich die Welle halt einfach besser. Oder? Und dann finde ich so… Ja, es gibt sicher gewisse Faktoren, die mitspielen. Aber nein, eigentlich bist es du. Es tut mir leid, aber unschesslich, das habe ich vergessen bis jetzt gerade, wo ich mal mit dir auf dem Boot gewesen bin und eine solche Person am Start gewesen ist, die wirklich, ich glaube innerhalb von einer halben Stunde alle so gottjämlich genervt hat, mit so Überanalysen und irgendwie so Behauptungen und was weiss ich. Er war nicht Julian Thorne, der ist doch mal mit uns im Boot gewesen. Nein, aber ich weiss noch, ich glaube der Thorne ist auch dabei gewesen. Das weiss ich nicht mehr. Und eine besagte Person, ich wüsste nicht wie die heisst, keine Ahnung was so ist, ich habe die genau einmal dort gesehen, allen ist auf den Sack gegangen und hat es dann irgendwie tatsächlich geschafft, so nach einer halben Stunde irgendwie, keine Ahnung, der Pendler oder so, sich in die Fresse zu hauen und hat ja dann irgendwie noch von der Nase geblutet und es war ganz schlimm, weil irgendwie alle so gesehen sind, ja, er hat jetzt etwas von Karma. Ich weiss was. Ja gut, das eine ist Karma und das andere finde ich, was auch ein sehr spannendes Phänomen ist, zum schauen, und das sage ich jetzt nicht, weil ich finde, ich weiss genau wie es funktioniert, sondern am lustigsten sind die Menschen, die hinten auf dem Boot sitzen und anderen Anfängern erklären, wie es funktioniert, selber aber nichts von dem herbringen, was sie da erzählen. Das meine ich beim Geholfen. Ja, das ist genau so das, wenn irgendjemand mir einen Tipp gibt, es ist mir völlig egal, du kannst nicht surfen, oder nicht so gut, sage ich es jetzt mal, und du mir sagst, hey, nimm den Fuss vorne ein bisschen und ein bisschen schräger, oder ein bisschen gräder, oder was weiss ich, und dann funktioniere ich besser, finde ich voll geil, dann probiere ich es, wenn es nicht funktioniert, sage ich, oder? Ja, aber wie hoch ist die Chance? Ja, die Chance ist relativ tief, aber das finde ich dann, dass solche Menschen irgendwie das nicht checken, oder? Weil ich frage an mich die Leute, ich sage auch, ich habe sehr transparent, meine Erfahrung jetzt in diesem Sport, und eben, es ist eine mega Randsportart, ist halt einfach die 5-6 Jahre, wo ich das jetzt privat mache, ich habe nie irgendwie einen Lehrer gehabt, ich habe nie einen grossen Coach gehabt, oder so, wir haben das selber ein bisschen beigebracht, man hat von den Besseren gelernt, und so, und darum würde ich jetzt auch nie hinzugehen und sagen, ich bin Experte auf diesem Gebiet, sondern ich kann dir sagen, hey, schau, wie ich es gelernt habe, kann ich es dir beibringen, wenn es funktioniert, mega cool, und wenn nicht, dann geh doch dort, oder dort, oder dorthin, das sind Menschen, die sind Europameister in dem, oder was weiss ich für ein Meister, die haben vielleicht eine andere Expertise, aber ich kann es dir einfach grundsätzlich mal beibringen, und es funktioniert und macht Spass. Mhm. Und das ist halt eben das Schöne, jetzt ich sage mal in diesem Sport, es ist nicht kompetitiv, oder? Mhm. Weil du spielst, oder surfst halt ja nicht gegeneinander. Ja. Sondern vor allem für dich selber, und für deinen Insta-Account, in gewissen Fällen, aber eigentlich vor allem für dich selber, zum besser werden. Mhm. Und zum einen Trick stehen und so, aber das ist halt wirklich, das ist das Coole, dass man dort halt nicht gegeneinander denkt, weil sonst eigentlich praktisch jede andere Sportart machst du ja eigentlich gegen jemanden. Ja. Rausen klettern vielleicht, ja gut, aber ich weiss, was du meinst. Und das ist ja im kreativen Bereich, ist das etwas Gleiches. Fuck, wie unprofesslich. So, wir müssen eh bald aufhören, wirklich. Der arme Christoph, wir haben schon überzogen. Wir sind noch im Beziehung. Easy. Easy. Ähm, aber das muss ich natürlich jetzt gleich noch loswerden. Ähm, also darum, darum stresst mich ja sehr oft Comedy in Deutschland, wo eben das Kompetitive ist, dass dann irgendwie nach dem Auftritt einer zu mir kommt und sagt, ich habe elf Klatscher gehabt, probiere das zu toppen. Ah, was? Und ich so. Wirklich? Ja, ja. Und ich so. Dude, I don't give a fuck. Also wirklich. Und in der Schweiz viel mehr, das ist vor allem, denke ich eben so an früher zurück, wenn wir so Mixed-Tour gemacht haben, eben Büssi Charlie, den du vor Ort genannt hast. Und es ist wirklich geil, wenn du einen geilen Auftritt hast und irgendwie, das beflügelt mich, dann habe ich hoffentlich auch einen geilen Auftritt. Und, also es ist schon mal dort so mehr das Gemeinsame, Supportive und nicht gegeneinander. Und das andere ist ja eben auch wieder die eigene Worte. Jetzt habe ich ein bisschen Regiearbeiten gemacht und ein paar Coachings gemacht, wo ich dann immer als allererstes gesagt habe, alles, was ich dir sage, ist nur meine persönliche Worte. So funktioniert es für mich und so sehe ich es. Aber mach du damit, was du willst, weil ich sage, auf keinen Fall, dass das die absolute Worte ist. Aber ist das nicht vielleicht ein wenig weniger kompetitiver gewesen, weil ihr damals einfach viel weniger gewesen seid? Oder ich sage, je mehr Menschen das als Gleiches machen, desto mehr Konkurrenzdruck gibt es ja. Ja, aber auch dort gibt es ja dann immer noch eine grundsätzliche Einstellung, die man kann haben, wo ich, wo ich, wo ich jeden Bereich kann, ich meine, Restaurants gibt es ja wahrscheinlich auch genug. Ja, aber du hast natürlich, was ich damit meine, ist, dass du halt, wenn du der Loi bist und das einzige Restaurant im Dorf, dann bist du jetzt nicht so kompetitiv unterwegs, wie wenn du irgendwie in Basel, in der Innenstadt, in der Bafi, ein Rest oder eine Bar nach der anderen hast und die quasi, wie so, musst du einfach nur mal in dem Pulch rein schon so regeln, dass es dann funktioniert, dass die zu dir kommen. Und ich glaube aber eben auch dort, dass jetzt zum Beispiel in Basel und Bafi dann gleich die Einstellung kannst du haben. Geil, nochmal ein Restaurant, nochmal ein Restaurant. Dann wird Bafi der Hotspot für den Restaurant. Das heisst, wenn die Leute... Du profitierst ja. Eben. Wenn die Leute sagen, wow, ich will wieder eine Bafi in ein Restaurant, hey, vielleicht können sie zu mir einfach noch ein Apero gehen, vielleicht können sie auch danach und einmal können sie wieder zu mir gehen essen und machen dort ein Apero etc. Also ich glaube, an dort kann man, egal wie viel Konkurrenz sozusagen oder in dem Fall eher Mitbestreiter rum sind. Das ist super. Das ist das Einzige, dass man zum Beispiel bei Comedy-Shows kannst du wie sagen, Dude, wenn jetzt im kleinen Dorf von 500 Leuten vier Comedy-Shows alle am gleichen Tag stattfinden, dann sind sie einfach ein bisschen dumm. Also machen das doch lieber... Ja, das ist nicht schlau. Machen das doch lieber Du machst diese Woche, Du machst diese Woche, Du dir und du dir. Dann haben alle einmal in diesem Monat gespielt und es geht trotzdem. Aber ich finde das super. Also generell, ich finde, wie so Konkurrenz, ich sage, vom Radio her gibt es ja auch Leute, die finden so, Oh, du bist dann gegen den am Senden. Oder gegen den. Sind wir ja jahrelang gewesen. Ja. Völliger Schlagsinn. Also unabhängig, wo wir in dem gleichen Konzern geschafft haben. Von dem wäre es jetzt nicht so tragisch gewesen. Ob jetzt du mehr Leute hast oder ich, ist es völlig egal, wie sie werden eh nachher zusammengerechnet und dann wird man die Kommastelle noch ein bisschen versetzen. Aber das Ding ist, dass ich wie finde, ey, wenn jemand das Gleiche macht wie ich, dann ist doch das cool. Weil dann heisst ja, dass wir uns gegenseitig ein bisschen überflügeln, weil du so sagst. Und auch eben so Konkurrenz oder so. Schau, wenn nachher alle an deine Comedy Show gehen und nicht an meine, dann sollte ich doch vielleicht dort mal merken, hm, vielleicht macht er es besser, vielleicht ist er lustiger, vielleicht hat er ein besseres Konzept, vielleicht, I don't know, warum. Aber das finde ich wie so ein bisschen, das Konkurrenzdenken, das ist eh ein Schwachsinn. Ich finde auch so, hey, schau, wenn die Menschen jetzt irgendwie Energy Downtown bei mir und dann finden, was für einen Wichser. Mhm. Und dann stellen sie um. Mhm. Und finden auch dort, was für einen Wichser, dann kommen sie wieder zu mir. Also sind sie doppelt depressiv, aber wieder bei mir am Sender. Also die Ziel eigentlich erreicht, oder? Das ist wie so. Sie müssen einfach zuerst bei dir sein. Ja, ja, das ist wichtig, weil sonst kommen sie nachher nicht mehr. Genau. Nein, aber eben, ich sage, das ist dann, das wird zu, wenn du fest aufbaust, eben, dass man die ganze Zeit, ja, der hat so viele Follower und der hat so viele Follower. Da werden wir, eben, ich meine, das rüsst sich der Kreis zu fast allem, wo wir jetzt diskutiert haben, dass es nur, weil etwas erfolgreiches ist, ist es noch lange nicht besser. Mhm. Vielleicht ist es einfach besser gemacht, vielleicht mit mehr Liebe, mit mehr Enthusiasmus, mit mehr Hingabe, mit, 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 mit besserer User Experience im Hintergrund. Ja, ja. Genau gleich wie halt einfach, man muss und sollte sich um seine Leute und seine Kunden einfach irgendwann kümmern. Es gibt auch die Momente, wo du irgendwann einfach der Standardtext Copy-Paste ist. Mhm. Aber wenn du halt einfach nur noch nach deinem Auftritt immer gleich davorrängst und findest, ja, mein Kollege macht ja den Merge-Stand. Mhm. Dann sagen die Leute, die am Anfang da gewesen sind, die vielleicht zwei, drei Shows kommen von dir schauen, oder jedes Programm einmal, die sagen sich irgendwann, ja, super. Oder? Vor einem Jahr, ist er noch da gestanden, haben wir noch einen Schwarz gerissen. Und jetzt ist er zu gut, weil er muss da und da, oder? Und ich glaube, wenn das beibehalt ist und das nicht verlierst über die Dauer, egal, wie du im Job bist, wie du mit dir das machst, die 20%, das finde ich ein schönes Wording von dir, also die Leute, die, 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 die 20% hinten durch, dann kommt es gut. Was für ein schönes Schlusswort. Was für ein schlechtes Schlusswort. Es hätte nur philosophisch sollen werden, ist es überhaupt nicht. Ja. Doch, das wird real. Ja, genau. Du Monolog. Nein. Machst du ja noch Reals aus dem? Nein, bitte. Nein, natürlich nicht. Aber, äh, aber war geil, weisst du, eben mit so einem, deshalb, so wird dein Leben besser. Ja, genau. Weisst du, eben so. Äh, so, so holst du das Beste aus dir raus. Aber wenn du das machst, du hast es okay von mir, aber dann musst du jetzt so eine Seite machen mit einem Mitgliederbereich, wo man 400 Euro muss zahlen. Weil das ist ja Lebensweisheit, was soll kosten, das ist ja nicht gratis. Das müssen wir jetzt ja monetarisieren. Ja, ja, ja. Und dann nimmst du nur den Teil und sagst, hey, wenn du einfach dein Leben verbessern willst, wenn du erfolgreich sein willst, so wie, wie die Tele, komm in die Telegram-Kuppe. Mhm. Ja. Mini-Broker-Tipps. Du musst einfach, du musst nichts machen, es ist kostenlos. Mhm. Aber ich zeig dir. Und das, äh, wenn, dann machen wir es nur so. Also wirklich, hinter der Paywall, die ersten 10 Leute, die das machen, und dann gehen wir zusammen auf die Malediven, in die Ferien. Das Problem ist, dieser Aufwand, das wären die letzten 20%, wo wir oft viel zu anstrengen sind. Cool. Wie kann man eineinhalb Stunden philosophische Grunddiskussion in zwölf Sekunden kaputt machen? Meine Name, der Herr, Joel vom Mutzibecher. Grossartig. Aber, äh... Hey, immer schön gewesen. Ja, komm bald wieder. Willst du nicht die Leute entscheiden? Kommentiert, wenn ihr nochmal wollt. Aha, nein. Also, wenn es, siehst du ja dort, wenn ich nach Zahlen würde gehen, dann würdest du sicher nicht da sitzen. Zum Glück sind wir Freunde, sonst würde ich dir jetzt den Mutzibecher an den Kopf rühren. Das kannst du auch gleich machen. Ja, aber das... Ich habe ja am Anfang gefragt, wer hat abgesagt, dass du mich wieder einlässt? Oder? Also... Ich habe gewusst, nach der Sommerpause muss ich easy starten. Das heisst, ich lade jemanden rein, wo ich sicher nicht zu viel schwarz. Ja. Ja, gut, das ist es. hast du da nicht wieder eine Arena, so einen Couter, der unten mitläuft? Ja, genau. Du weißt, dass es schön ausgeglichen ist. Wie heisst es? Speed-Schach. Ja, genau. Hast du das mal gesehen? Alter, das ist Psycho. Okay, da würden wir noch ein neues Dings aufmachen. Vielen Dank, fürs Vorbeigehen. Vielen Dank, Christoph. Danke. Und alles Liebe. Bis bald. Alles Gute. Peace. Boo.